...eine Reihe von Drogen gegeben hat, das, glaube ich, sollte allgemein bekannt sein. Die EMRK selbst, der zweite Grundrechtskatalog, der für uns existiert, ist in Wahrheit das Ergebnis von Zerwettkriegen. Auf diesen Zerwettkriegen ist man zur Erkenntnis gelangt, dass es so nicht gehen kann. Dass es da zig Millionen Tote gegeben hat, ist auch allgemein bekannt. Und all diese Rechte werden jetzt beiseite geschoben. Und als Begründung wird angeführt, diese Viruserkrankung, die zwar Menschen trifft, das ist keine Frage, es erkranken Menschen daran, aber eine Epidemie, die die Allgemeinheit gefährdet, die viele Menschen zu Tode bringt, ist es nicht. Man sieht es ja auch an den Sterbezahlen, die sich kaum unterscheiden von dem, was üblicherweise an Sterbefehlen vorhanden ist. Und da muss man sich schon fragen, warum das alles passiert. Medizinische Gründe, epidemiologische Gründe sind es nicht. Und ein weiterer Punkt ist, dass immer wieder vergessen wird, dass unsere Grundrechte die juristische Basis unseres Wirtschaftssystems sind. Denn man sieht es ja, dass es mit der Wirtschaft bergab geht. Wenn die Chefs der österreichischen Gesundheitskassen bei uns und Herrn Anschober da vorstellig werden und festhalten, dass sie dann hunderte Millionen fehlen. Ich meine, es wird die Milliarde wahrscheinlich schon erreicht sein. Wenn das im Ergebnis eine Grundrechtseinschränkung ist, dass das Ergebnis eine Grundrechtseinschränkung ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, dass Grundrechte eine große wirtschaftliche Bedeutung haben in unserem Gesellschaftssystem. Und wenn man das auch vergleicht, grundrechtsgeprägte Gesellschaft und unsere Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft und Gesellschaften, die halt nicht so grundrechtsgeprägt sind, dann steigen die Gesellschaften, die grundrechtsgeprägt sind, wirtschaftlich immer einiges besser aus, als die, die diese Grundrechte nicht haben. Ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, wenn jemand den Freiraum besitzt, zu wirtschaften, sich beruflich zu entfalten, leistet er mehr als derjenige, der halt irgendwie gegängelt wird, der halt von irgendjemandem durchs Leben geleitet wird. Ich will mal sagen wir so, der wird dann weniger leisten, der wird weniger erwirtschaften und dann wird es uns allen eben schlechter geben. Und das ist halt leider so, man sieht es ja ziemlich klar und deutlich, dass das mit der Wirtschaft bergab geht und es braucht keiner glauben, dass das auf das Gesundheitssystem keinen Einfluss hat. Es wird Einschränkungen geben, es wird Einschränkungen geben müssen, weil das Geld einfach nicht mehr vorhanden ist, das ist einfach eine Tatsache. Und da, ja, wenn wir uns ein bisschen bescheiden müssen und dann dieses Argument, dass die Gesundheit das Wichtigste ist und dass, ja, die Gesundheit steht über allem und so weiter und so fort, ja, das ist halt, wissen Sie, ich sage halt immer, man muss aufpassen, weil ein Mensch mit Nonar-Argumenten argumentiert. Diese Nonar-Argumente sind meistens ein Zeichen dafür, dass Unsinn geredet wird. Ja, sicherlich ist die Gesundheit wichtig, sicherlich ist die Gesundheit wichtig, aber man muss sich halt schon einmal fragen, warum gibt es kein Grundrecht auf Gesundheit oder was auch immer, wie man das dann so formuliert hat. Warum gibt es das nicht? Weil das ein Grundrecht nicht leisten kann, nicht? Ich kann grundrechtlich die Gesundheit nicht geredetend machen. Was soll ein Richter nur sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin grant und habe jetzt mein Recht auf Gesundheit ein? Dann kann ich nur sagen, ich gehe zum Arzt oder wünsche ich gute Besserung. Also, er kann auch nicht mehr tun als ein Normalbürger. Aber grundrechtlich können eben bewirken, dass es uns allen besser geht, dass wir mehr erwirtschaften, dass dann ein Teil dieses erwirtschaftet ins Gesundheitssystem geht und dann wir eben einen Arzt haben, ein Krankenhaus, wenn wir das brauchen. Nur das ist jetzt zunehmende Gefahr und das müssen wir uns alle ein bisschen vergegenwärtigen, wenn das Argument kommt, die Gesundheit geht vor. Sicher geht sie vor, aber jetzt müssen wir uns überlegen, wie schützen wir die Gesundheit? Wie schützen wir uns? Wie machen wir das, dass es uns gut geht? Durch Grundrechtseinschränkungen wird das nicht funktionieren. Also, das ist einmal ganz sicher und das scheint ja auch jetzt für jeden bewiesen zu sein. Das ist einmal der Punkt 2. Jetzt kommen wir zum Punkt 3, das ist nicht mein Lieblingsthema. Das ist der Lockdown. Der Lockdown. Also, ich bin jetzt angeweitet für das Regime, was wir jetzt haben, zu gewaltigen Einkommenseinwursten. Bei diversen Leuten, die Geschäftsleute haben weniger Einnahmen, es gibt Arbeitslose Kurzarbeit. Kurzum, den meisten Menschen geht es schlechter. Wir haben Angst um ihre Existenz, um ihren Job. Aber da gibt es Ausnahmen. Da gibt es Ausnahmen. Gibt es einen Lockdown für Politiker? Wird deren Geldgewöße schneller? Also, ich habe nichts gehört, dass ein Politiker weniger bekommt. Dass es da einen Lockdown für Politiker gibt, die wirtschaftlich sind. Das ist ja wirklich für Beamte. Also, Beamte haben keinen Lockdown. Denen geht es genauso gut wie vorher. Denen geht es sogar besser. Weil es will es ihnen relativ besser gehen. Wenn ein Einkommen gleich bleibt und der andere geht wirtschaftlich mehr. Ein Grabhau im Verhältnis und relativ betrachtet mehr, als der andere im Vergleich zum vorhergehenden Zustand. Oder mit Luxuspensionisten. Das ist etwas, was mich gewaltig nervt. Warum wir in der heutigen Zeit Pensionen ausbezahlen, die höher sind als die ASVG, Höchstpensionen, erschließt sich mir nicht. Also ich meine, für viele ältere Menschen wird ja das gemacht. Dann erwartet man wenigstens von denen, die mehr haben als Pension, dass sie sie entsprechend einschränken und sich auf das reduzieren, was alle als Höchstpension in der Lage sind zu bekommen. Also, dann fangen wir an Solidarität aller Orten und das sollte man vielleicht ein bisschen deutlicher zur Sprache bringen. Und die nächste Berufsgruppe sind meine Journalisten. Das ist auch so ein Thema. Also, beim ORF, bei den Gebühren, hat sich nichts geändert. Da wird weiter fleißig abgesillt. Auch deren Einkommen bleibt gleich. Von der Presseförderung, ja, ganz abgesehen. Geld überwindet offenbar jeden ideologischen Grab. Wenn man sich die Zeitungen so anschaut, werden alle Kurz und Co unterstützt. Also, normalerweise wäre das nicht der Fall. Aber wie gesagt, die Presseförderung macht es möglich. Also, da muss man schon sagen, wie das funktioniert, Geld ist die einzige Erklärung dafür. Das war Punkt 3. Jetzt komme ich zum Punkt 4. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen neu ist. Es geht um unsere Ärzte. Die Ärztekammer ist ja sehr aktiv bei Ärzten, die halt versuchten, die Fakten korrekt darzustellen, also korrekt darzustellen und sich in ihrer Meinungsäußerung von der Regierungslinie unterscheiden. Jetzt ist Dr. Eifler, ich glaube, das Schicksal werden Sie ja bereits kennen, der hat ja seine Approbation verloren. Und jetzt muss man sich fragen, wann kann ein Arzt seine Approbation verlieren? Wie geht das überhaupt? Welche Pflichten hat ein Arzt? Was muss er tun? Wie muss er die Pflichten verletzen, um diese Befugnis zu verlieren, als Arzt tätig zu sein? Da gibt es Berufspflichten, Berufspflichtverletzungen. Das Ärztegesetz spricht von diesen und sagt, bei der Verletzung von Berufspflichten, eigentlich ist es ja nur eine, wie wir dann hören werden, dann kann er seine Approbation verlieren. Was ist die Berufspflicht? Der Arzt hat eigentlich nur eine Berufspflicht, nämlich die gegenüber dem Patienten. Das ist schon im Ärztegesetz, das ist auch ausjudiziert. Da gibt es Aufsätze in diversen rechtlichen Fachzeitschriften. Die Berufspflichten beschränken sich auf Pflichten gegenüber dem Patienten. Also es ist keine Berufspflicht eines Arztes, quasi Regierungsmeinungen zu vertreten oder Kammeransichten. Das beschreibt mir irgendwo. Es ist nur irgendwo gestanden und es gibt auch keine Rechtsprechung dafür. Der Veräubungsgerichtshof hat das klargestellt. Also da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Leubner kennen, da gibt es eine Entscheidung. Der hat seine Suspendierung oder seine Entscheidung über den Verlust der Approbation aufgehoben. Genau mit dieser Argumentation. Also wenn ein Arzt einen Fachaufsatz veröffentlicht, eine wissenschaftliche Kommunikation veröffentlicht, die beispielsweise der Pharmaindustrie nicht gefällt, ne? Fangen wir mal so, ne? Oder der Regierung nicht gefällt oder der Kammer nicht gefällt, ne? Dann ist es kein Grund, kein Grund, ihm die Berufsberechtigung zu entziehen, ne? Das geht nur dann, wenn er in einer konkreten Behandlungssituation einen Patienten schädigt. Dann ist das möglich. Und das ist auch nur dann möglich, wenn das sogar ein gewisser Dauer zugestanden ist. Also wenn jemand, wenn man einem Doktor sagen muss, naja, vielleicht hast du doch nicht den richtigen Beruf, ne? Also dann kann man das sagen. Eine einmalige Fehlleistung wird auch nicht dazu führen. Aber eines kann es nicht sein. Also dass jemand durch allgemeine Äußerungen, also durch Demonstrationen oder Fachpublikationen, seine Berufsberechtigung, ich glaub ja, seine Berufsberechtigung verliert. Und auch also, was diese Atteste betrifft, also das Ärztegesetz ist da auch ziemlich eindeutig. Man kann jetzt streiten unter Dr. Eiffel, das geschickt war, ja? Das kann man diskutieren. Aber das ist ja nicht die Aufgabe des Juristen. Der Jurist muss ins Gesetz schauen, ne? Und sagen, ist das entgegen dem Ärzterechte? Und da muss man halt sagen, ein Arzt kann nach gewissenhafter ärztlicher Untersuchung einen Test ausstellen. Ja, so steht es drinnen. Aber es steht nicht drinnen, dass er den Patienten oder den, den er dort beurkundet, also der PPQ-Dachte, dass er den persönlich sehen muss. Weil, ich sag ganz offen, ich muss auch einen Patienten nicht sehen, um ihm zu attestieren, dass Rauchen schädlich ist, ne? Also, jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist, ne? Und es sollte mittlerweile jeder wissen, dass auch die Masken schädlich sind, ne? Und da muss ich, ich muss eine CO2-Messung, ne? Unter der Maske, ne? Was ich am Patienten persönlich durchführe, das mache ich einmal, oder dann immer irgendwie, ne? Mist, das, und das war's, ne? Und damit weiß ich Bescheid. So. Ich hoffe, es war ja informativ genug, ne? Ich stelle schon mal. Danke an den Dr. Roman Schießler. Also bitte, schaut's nach auf seiner Homepage. Schreibt's an bei Dr. Schießler, ihr braucht es noch eingehen ins Internet. Ihr kommt sofort auf seine Homepage. Und dann seht ihr die einzelnen Corona-Stammtische, die er mit Frau Dr. Konstantina Rösch in den nächsten Wochen in Österreich durchführen wird. Also bitte meldet euch an. Und wenn ihr übrigens Fragen habt, es wird im Anschluss ans Programm die Möglichkeit geben, an die Redner Fragen zu stellen. Ihr habt extra meinen gelben Hut auf, damit ihr mich seht. Und kommt zu mir, während die Redner herum sind, und stellt mir eure Fragen. Ich werde da ein bisschen was zusammenstellen, und dann können die beantwortet werden. Danke, Roman. Über die nächste Sprecherin freue ich mich persönlich ganz, ganz besonders. Sie ist eine Kämpferin, sie ist Bildungswissenschaftlerin und ganzheitliche Therapeutin für Menschen von 0 bis 99. Dr. Merit Streicher, ihr Thema ist der Mensch. Und sie sagt, es gibt einen Exit. Und der heißt Nein! Herzlich willkommen! Wie im Himmel, Möchte ich meine Rede eröffnen, indem ich alle anspreche. Liebe Ungeborene, Liebe Heranwachsende, Liebe Erwachsene bis ins hohe Alter. Wir sind mehr als eine Sozialversicherungsnummer. Wir sind mehr als unser IBAN-Code. Wir sind mehr als unsere Passnummer. Und wir sind mehr als unsere Schul-Kennzahl. Darauf werde ich dann noch genauer eingehen. Wir haben alle eines gemeinsam. Wir sind Menschen. Wir spüren, wir fühlen und wir denken. Und diese Masken, und diese Abstandsregeln, und diese übersteuernde Hygienevorschrift. Sie kränken, sie machen krank. Sie beeinträchtigen die psychosoziale Entwicklung. Von Kleinkind an bis ins hohe Alter. Wir entwickeln uns ab dem Austritt aus dem Mutterleib, bis wir in eine andere Lebensform übergehen. Und das Erste, was ein Ungeborenes spürt, ist die Berührung durch das Unkühltwerden von Brustwasser. Und das Letzte, was ein Mensch spürt, wenn er in eine andere Lebensform geht, ist die Berührung und ein Händetruck. Und keine Maschine und kein Code. Und das, das muss gehen. Es ist weder hin wie es geht, aber auch angreifbar. Nun möchte ich auch ein bisschen anschließen an die tolle Steilvorlage von Herrn Dr. Schüßler, wenn es um die Art Hesse geht. Ich möchte jetzt noch einmal, ich sitze auch im Bildungsministerium, nicht Bildungsdirektion, bitte, Bildungsministerium, liegt vor, dass ich Magistra bin, das bedeutet Pädagogik, Erziehungslistenschaften, kenne mich besonders gut mit Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen auf, nicht nur, weil ich sie selber so wieder offen habe, sondern weil ich Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen ausgebildet habe. Und ich gedenke es auch wieder zu tun. Und mein Doktor Rath ist eine Zusammenschau aus Pädagogik, aus Neuropsychiatrie, darum kenne mich sehr gut aus, mit Konzentrationsstörungen, mit Schädigungen, die durch Sauerstoffmangel entstanden sind, und so weiter aus Neuropsychologie und Diebenspsychologie. Und deswegen heiße ich nicht nur Bildungsbildungsrichterin, sondern auch ganz heißliche Therapeutin. So, und auch Grund dessen meiner Bildungschaftsvorbildung und meinen Kontakt mit Menschen, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, mit Menschen einfach, die mir ihre Sorgen und ihre Probleme schildern. Manche persönlich, manche über Telefon, viele auch über E-Mail. Und da geht es nicht darum, dass man bei mir schreibt, Luftnot, fertig, und dann haben wir Geburtsdatum und das Adept wird ausgeworfen. Nein, ich bin nicht so schnell, dauert auch bei mir länger, ich bin ein Einfrauunternehmer, aber jeden einzelnen Adept, das ich ausstelle, ist geprüft, und das ist genau das, was ich meinem wissenschaftlichen Teil an der Universität Wien geschoren habe. Ich werde wissenschaftliche Erkenntnisse immer prüfen, immer den Prozess des Gewahrhaltens unterwerfen, und ich werde nie, nie gegen den Menschen arbeiten. Und das ist all das Einzige. Und jetzt habe ich etwas, mir werden die Erkenntnisse etwas bewegt. Ich habe in den letzten Wochen eine Fülle von Anwendungen bekommen, von Anwendungen von jenen, die ich ausgebildet habe, die mit mir im selben Boden, in der selben Lehrveranstaltung gesessen sind, die doch tatsächlich sagen, sie ist kein Wort, also ist das Ganze wertlos. Man kann ein Blatt, was mir zerknüllen. Was man aber nicht zerknüllen kann, ist, dass ich das Duplikat bei mir habe, und nicht am Internet, sondern hat sich ausgedruckt. Und da steht hinten oben, nicht nur die Sozialversicherungsnummer, die Interessierte für sich, sondern da steht nichts drum, was die Gründe war. Und für mich ist es groß genug, wenn eine Mutter mir erzählt, ich will nicht haben, dass mein Kind psychisch geschaden hat. Ich will aber nicht haben, dass ich Masken traue, aber wenn ich Maskenbefreiungserzählung bin ich die Einzige in der Schule, und dann wird mein Kind diskriminiert. Wo gut, das ist eine Möglichkeit, aber wir haben auch noch eine andere. Und die andere Möglichkeit ist, erst wenn wir verstehen, warum so viele Menschen schweigen. Und das versuche ich euch jetzt ein bisschen näher zu bringen. Es wird nicht allzu lang dauern, aber ich möchte ein bisschen auch dahinter schauen. Ja, wir knüllen das wieder auf. Weil ein Blatt Papier kann ungünstig sein. Aber ein Mensch kann niemals ungünstig sein. Ein Mensch kann auch niemals illegal sein. Ihr werdet euch fragen, warum ist mein Kind die Einzige? Das Einzige? Ihr werdet euch fragen, warum bin ich im Betrieb die Einzige oder der Einzige? Warum machen alle anderen mit, ist vielleicht doch etwas dran? Und da muss ich ein bisschen ausholen in den März 2020, wo unser Bundeskanzler von versammelter Runde erklärt hat, und er hat auch mit mir etwas gemacht. Es gibt keine Alternative. Und solange in unseren Köpfen, in unseren Gefühlen, dieses Gefühl, es gibt keine Alternative, drinnen ist, werden wir auf diese Alternativlosigkeit reagieren. Die einen reagieren, indem sie Erlebnisreaktionen haben. Ich spreche nicht davon, dass ein Kind krank ist, oder traumatisiert, oder wie auch immer. Ich spreche davon, dass auf diese unerträgliche Situation reagiert. Das heißt, Dinge, die jetzt einmal gekonnt haben, kann es auf einmal nicht mehr werden. Früher war es doch angenehm, mein Frühstück zu essen. Jetzt spreche ich gleich wieder raus, weil ich so viel Angst habe, weil ich in den Schulbus einsteigen muss, und dann muss ich schon wieder die Maske aussetzen. Ja, das Kind hat aber jetzt keinen Tag schaden. Das Kind hat auch keine Krankheit. Darum braucht es einfach nur eine Elternschaft, eine Lehrerinnenschaft, die das, was es verursacht, nämlich weg ist, die Maske. Und da möchte ich noch etwas sagen, zu den Hattel, die sind alle künftig, und noch einmal, die basieren auf den konkreten Schilderungen, die ab sich wahrgenommen habe, wenn die Leute meine Praxis aussuchen, oder wenn sie mir ihre Geschichten erzählen und schreiben. Jene Menschen, die zusehen, haben auch Erlebnisse-Reaktionen. Vor allem die, die sagen, es schadet ihnen überhaupt nicht, die fünf Minuten zum aufs Flo gehen, schaffe ich schon. Ja, beim Flo gehen, der hat eh runternehmen. Tut so. Freut mich. Wir können massenfrei und unser Geschäft erledigen. Nur, alleine die Tatsache, dass diese Menschen sagen, das hört man schon aus. Das ist kein Problem. Da müssen wir durch. Zeit, dass das ihre Ordnung ist, sich damit zu identifizieren. Und jetzt ein bisschen einen Ausblick, was Menschen machen, wenn sie in ausweglosen Situationen sind. Und wir haben alle möglicherweise das Virus in uns. Also müssen wir uns mit jenen identifizieren, die dieses Virus von uns wegbringen wollen. Also haben wir Lust, Dankbarkeit, Demut an den Zwangsmaßnahmen. Und solange, solange, das Menschen nicht klar ist, dass sie sich nicht fürchten brauchen, dass es einfach nur darum geht, ein kollektives Nein zu sagen. Viele Menschen sitzen in der Besuchergalerie und sagen, na schau, der Äpfel hat es nicht gebracht, ich spreche ja schon gar nicht, das ist nicht einmal hört, hm, habt ihr es ja von Anfang an gesagt. Ich fordere diese Eltern auf, endlich aufzusagen, ihr braucht kein ATL, ihr solltet euch einfach mit jenen, die einfach früher als ihr reagiert haben, solidarisieren. Und da steht die gesamte Elternschaft auf. Und so, liebe Lehrerinnen, wir wollen unsere Bildung zurück. Unsere Bildung. Und der ursprüngliche Auftrag unserer Bildungspotagonistinnen und Kindergarten angefangen bis zur Universität ist, Bildung zu vermitteln und zu ermächtigen und nicht zu demütigen und sich die Angstspirale weiter zu drehen. Und ich glaube, es geht nur, es geht nur darum, dass wir Menschen, die einfach sagen, ich holte es schon aus, sich einfach darauf besinnen, was wir aushalten, ist einfach die Herausforderung, die das Leben bringt. Und das ist nicht Demütigung auszureichen. Das haben wir nicht lösen und das werden wir auch nie zulassen und das werden wir auch wirklich nicht hinnehmen. Und ich möchte noch einmal an die Lehrerinnen und an die Kindergärterinnen appellieren. Diese Form der sogenannten Pfandserziehung Masken tragen, Abstand halten, übersteuerte Hygienevorschriften beeinträchtigt Ihre Bildungsarbeit. Sie verlieren das Ansehen vor den Eltern, vor ihren anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Sie brauchen nicht das Ansehen von irgendwelchen selbsternannten Direktoren. Sie brauchen das Ansehen, die ihnen anvertraut sind, damit sie an unserem gesellschaftlichen Prozess teilhaben können. Das kommt an im Kindergarten. Es wird nicht mit Maske gesungen. Es wird nicht mit Maske gesungen. Es wird nicht mit Maske gesungen. Das brauchen wir nicht. Und diese symbolische Kraft von Masken hat sogar, ich weiß nicht, irgendein Minister, es ist jeder Deutsche auch egal, irgendeiner hat gesagt, im Wesentlichen geht es ja um die symbolische Kraft, damit wir uns immer bewusst sind, dass wir das tödliche Virus in uns haben. Meine Lieben, das ist keine Erziehung, das ist jahre schwarze Pädagogik. Schwarze Pädagogik. Das ist nicht pädagogisch gemeint, sondern das ist eine Pädagogik, die letztendlich darauf abzieht, Menschen klein zu reiten, aber nicht mit Schlägen, aber auch nicht mit bewusster Maßregelung, sondern einfach mit einem Maske im Gesicht, ohne Regung und immer das Stereotype wiederholen. Es ist Vorschrift. Gar nichts ist Vorschrift. Schwarze Pädagogik zieht ab, Menschen klein zu halten und schwarze Pädagogik zieht ab, mit der Angst, Menschen gefühlt zu machen. Und ich habe auch, nicht nur, weil ich hier große töten wollte, ich habe genau das auch an das Bildungsministerium geschrieben. Ich habe gesagt, was immer der Plan dahinter ist. Wenn wir so weitermachen, haben wir 2021 und die folgenden Jahre gebeugte Menschen, die nur noch auf der Smartphone starren und auf ihrem Befehl warten. Und dann werdet auch ihr als Regenten überflüssig werden. Wenn das euer Ziel ist, dann nehme ich sofort meinen Hoden und beende das Ganze. Also die sind informiert. So ist es nicht. Ich bin keine Wildgewordene, mit guten Gedanken, die für die Anteste ausstehen, sondern das ist Evidenz passiert und mitmenschlich. Und abschließend, ich bin nicht die Retterin der Nation. Ich bin auch nicht die Mutter der Räder. Ich schaue ja nicht nach dem Gerichten ähnlich. Aber ich bitte, dass jene Kolleginnen, die sich auch der Erfolgsarbeit und jene Ärztinnen, die gefällig nicht untergraben, wenn sie mich auch nicht unterstützen wollen. Und in diesem Sinne möchte ich auch die Masken nieder. Danke. Eine starke Frau, die euch zu einem Nein aufnimmt. Nein. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Können wir das mal alle gemeinsam probieren? Auf 1, 2, 3, Nein. 1, 2, 3. Nein. Ich höre euch nicht. 1, 2, 3. Nein. Ihr seid großartig. Perfekt. Vielen Dank. Danke, liebe Merit. Ein paar starke Worte. Auch an Sie könnt ihr dann Fragen stellen, wenn ihr wollt. Sie wird sich dann auch der Publikumsdiskussion selbstverständlich zur Verfügung stellen. Noch einen Aufruf. Falls jemand von euch gerne im Anschluss auf die Bühne möchte, weil ihm etwas am Herzen liegt, weil er einer Geschichte erzählen möchte, die anderen Mut machen soll oder sie abschrecken soll, dann meldet es euch bitte auf. Merit, wenn ich dich auf die Bühne bitten darf. Es sind einige Fragen reingekommen, teilweise wurden sie schon beantwortet bzw. sind die Herrschaften direkt zu den Sprechern gegangen, habe ich gehört. Ich hätte gerne eine rechtliche Frage geklärt gehabt, aber leider der Dr. Roman Schießler musste früher weg. Aber eine Frage, die ist eine ganz, ganz wichtige und die ist ein paar Mal schon aufgetaucht. Und zwar lautet diese, wieso besteht so wenig Empathie der Menschen mit Angst gegenüber, man sollte sie doch eher aufklären und nicht über sie schimpfen. Magst du dazu etwas sagen, liebe Merit? Ja, sehr gerne. Ich bin wirklich die Letzte, die gegenüber Menschen, die Angst haben, aggressiv sind. Dass ich vielleicht heute ausgepracht war, weil ich auch merke, dass Menschen, die Angst haben, sich damit wenden und sagen, ich will nicht, dass mein Kind, ich will auch nicht meinen Arbeitgebern Schwierigkeiten machen, aber ich kann die Masken nicht trauen. Und da haben sie bei mir kein volles Verständnis. Ich sehe aber auch Menschen, die in der U-Bahn, in der Finn, eben mit Angst durchs Leben gehen. Und es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß, dass es wirklich wichtig ist, auch zu klären, dass wir dieses tödliche Virus nicht in uns tragen. Das gibt es nicht in der Form. Und wenn wir eine Krankheit haben, dann gibt es Ärzte, die uns wirklich helfen. Die uns wirklich helfen. Und ich bin sicher nicht aggressiv. Erwarte aber auch von den Menschen, die nicht einer Aufklärung folgen wollen, jenen, die das nicht aushalten, auch mit der Schleck entgegenhalten. Und wenn wir das beide tun, dann gibt es diese Frage aus und ich für Sie beantworte. Ich bin sicher niemandem gegenüber aggressiv, dass mir manchmal mit Aggression begegnet wird. Das ist kein Thema. Damit werde ich fertig. Es geht nur miteinander. Es geht wirklich nur miteinander. Danke sehr. Wo ist die Fragestellerin? Ist die Frage damit für dich beantwortet? Wo ist sie? Vielleicht gar nicht mehr da, vielleicht schon abgereist. Ich möchte gern auch was dazu sagen, weil mir das selber hin und wieder passiert, in meiner Ungeduld, dass sich Menschen gegenüber die Angst haben, egal ob es jetzt Angst ist vor dem Virus oder Angst ausgeschlossen zu werden, den Job zu verlieren, angepübelt zu werden im Geschäft oder was auch immer, dass es auch mir nicht immer gelingt, in der Liebe zu bleiben und im Verständnis zu sein. Und man muss sich, glaube ich, selbst an der Nase nehmen. Wir sind nicht scheiter oder besser. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Wir sind alle unterschiedlich. Und wir dürfen in Liebe und Sorgsamkeit miteinander umgehen. Ich glaube, das ist wirklich ein guter, guter Aufruf, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, sie dort abzuholen, wo sie sind, ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und ihnen nicht unbedingt mit Brachialgewalt ins Gesicht zu fahren. Da bin ich auch dafür. So, es gab noch eine Stimme. Eine Dame wollte noch achten, bevor die nächste Sprecherin kommen wird, einen kleinen musikalischen Schlenker. Der liebe Hubert, Schuhgröße 42, kommt auf die Bühne. Ganze 1,85 groß. Und er wird uns an Stazer spielen mit seiner steirischen Knopfharmonika. Applaus für uns. So, grüß euch. Ich sehe aus. Ähm. Habe ich doch Fans oder was? So. Jawohl. Ich möchte natürlich auch noch ein paar Worte sagen, weil ich halt auch nicht die Toschen holen kann. Ich bin halt auch so ein Typ. Ganz kurz nur mein Werdegang in Bezug auf Aufklärung. Seit März beschäftige ich mich damit Hinterfrage, 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 Hinterfrage. Zuerst Zeitung, ORF und diese ganzen öffentlichen Medien. Und man denkt, das stimmt trotzdem irgendetwas. Nicht. Wie ich auf einmal gesehen habe, von der Hand vom Bauernhof, von meinem Bruder runtergekommen, nach Köflach. Auf einmal rennen alle über deine Dorf umeinander. Da haben wir natürlich gefragt, das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Okay, Internet reingegangen, nachgeforscht, 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 Und habe ich gesehen, ein Bundesgesetzblatt. Das klingt wahrscheinlich hier alle eh. Dann habe ich drinnen gesehen, im März, dass da eine Ausnahmeregelung ist. Und zwar, dass man unter bestimmten Umständen diese Maske, ich sag immer noch auf dem Weg halt so, nicht tragen muss, wenn man persönliche gesundheitliche Bedenken hat, oder aus sonstigen Gründen. Und man denkt ja sofort, die wissen das aber nicht alle, wo man denkt, oder? So, jetzt bin ich da nach Graz hergefahren, aber ich wusste, dass es schon Demos gibt. Und, äh, habe ich mich da hergestellt, und heute ist eigentlich eine Premiere, ein bisschen für mich, habe ich mich da hergestellt, und habe da das Bundesgesetzblatt gehabt, und eine Tafel mit Protest. Und man denkt, das Wort ja mal. Ja, auf einmal kommen Leute her und sagen, was stößt du da umeinander? Was tust du da? Da habe ich gesagt, naja, schau her, ich stehe nämlich da in Bezug auf dieses Bundesgesetzblatt, Inhalt und in Bezug auf freie Meinungsäußerung. Ja, und was willst du jetzt Dora? Da habe ich Ihnen das gesagt, dass es in Bezug auf Masken eine Ausnahme gibt. Und ich habe wirklich gesehen, in den Augen, in den meisten, ist Ihnen das von, von gefallen. So, große Rede, kurzer Sinn, seitdem bin ich jeden Tag unterwegs, auch ein bisschen aufzukehren, zu versuchen. So, wenn ich da jetzt herabischau, wenn ich da jetzt herabischau, ihr seid ja auch schon mehr oder wenig oder ganz nicht aufgekehrt, sondern ihr wisst, was los ist, oder? Ja! Und ich bin mir sicher, ich habe es in einem Beratenbereich auch versucht, den Nachbarn oder so ein bisschen eine Information zu geben, oder? Ja! So, hat es doch eine tolle Geschichte oder Vorkommnisse gegeben, oft Gute, auch oft nicht so Gute, oder? Ja! Genau! So, mir ist es auch so gegangen, aber danke, Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt ein Stück spielen, für Euch als Dankeschön, aber besonders auch eine Ehre für mich, für die Frau Doktor. Sie steht drauf! Sie steht drauf! Sie steht drauf! Für uns auch! Und für die Idee! Für die Idee! Weißt du! Steht sie an der Front! Auch der Herr Eifler! Herr Doktor Eifler, den er hat so! Ja! 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 Hey! Tja! Ja! Eliaton! structuresum also an để WORK. Ups. Das ist noch eine Einleitung. Das ist noch eine Einleitung. Applaus 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 Opa! Yes, Opa! Opa! Yeah! Woohoo! Get back somewhere! Woohoo! Woohoo! Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Ja! Applaus Ja! Ja! Waaah! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Mich auch, weil es ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, Menschen zu treffen, die noch alle Tassen im Schrank haben. Ich möchte jetzt auch noch Grüße an den Pär Eifler, der in der Obersteiermark ist. Jetzt bin ich, ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert, also er hat es nicht geschafft zu kommen, weil er ganz viel um die Ohren hat, aber wir grüßen dich Pär und wir sind in Gedanken auch bei dir, weil was da passiert ist mit dir ist eine Sauerei und du bist total stark und gefestigt, aber ich habe gesehen, wie dir das angegangen ist, aber wir stehen alle hinter dir und wenn du was brauchst, ich bin mir sicher, jeder Einzelne darf, da kann es nicht kommen und belassen dich, mach gar keinen Fall, das stimmt. Ich glaube, wir müssen ja alle ungefähr 13 Sachen wissen, die wir lieber machen, denn auf dauernd auf irgendeine Demonstrationen umeinander zu rufen, aber das ist das, was aus unserem Inneren offensichtlich rauskommt, weil ich wäre schon öfter auch gefragt, was kann ich tun und dann sage ich immer, ich weiß nicht, ich mache das, was aus mir rauskommt und ich glaube, wenn jeder das macht, was irgendwie so in die Miesung raus will, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Heute ist schon viel über die Masken gesprochen worden, aber ich möchte jetzt auch über die Masken sprechen, also wollen, holens, holens. Liebe oder nicht, liebe Masken-Träger, ihr seid das Problem, mit Verlaub. Das Problem ist nicht eine Verordnung oder ein Gesetz oder ein Erlass, sondern das Problem sind die, die es blind befolgen, die vielleicht gar nicht einmal nachlesen, was da drinnen steht. Die Maske ist ein Symbol, das hat die Regierung ja selbst schon gesagt, ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber zu unterhalten, dass eine dieser dreckige Betzen, anders bezeichne ich es nicht mehr, eine Barriere für Viren dasteht. Also jeder, der das behauptet, ist entweder falsch informiert oder er informiert falsch oder vielleicht glückt auch. Also die Sache ist sowieso vom Tisch. Also wozu ist das Teil dann gut? Es ist ein Symbol und sonst ist es nichts. Aber ich werde es jetzt einmal ein bisschen von der naturwissenschaftlichen Seite aufrollen. Das hat einen Grund, warum der Mensch abatmet. Warum wir alle ins Freie atmen. Wir atmen Kohlendioxid, CO2 ab. Das hat einen Grund und wir atmen auch Mitoorganismen meistens ab. Und das hat auch einen Grund, weil die Faltern irgendwo unter und denaturieren und sind zufern und man ansteckende Erkrankungen hat, man nicht mehr ansteckend. Aber das Problem ist das Kohlendioxid. Wer kriegt den Kopfweh von den Fenzen? Wem wird es schwindelig? Wer ist schon einmal umgefallen? Wem wird es überhaupt komisch und hat Konzentrationsschwierigkeiten? Ich sage euch was, jeder Mensch bekommt das, weil das ist die physiologische Antwort auf eine Kohlendioxidvergiftung. Wir haben Messungen gemacht, also wir, ein lieber Freund von mir, hallo Klaus, hat eine Messung gemacht, wie hoch die Kohlendioxidkonzentration in dieser Maske ist, nach wenigen Minuten. Die überschreitete Grenzwerte um sechs bis siebenfachen, binnen weniger Minuten. Also das ist kein Wunder, dass einem da komisch wird. Der Grenzwert für Raumluft, laut Arbeitsinspektorat, liegt bei 0,50 Prozent. Also wenn der Arbeitsinspektorat kommt und das in deinem Betrieb ist, dass ihr da eine erhöhte Konzentration habt, habt ihr dann höher. Aber dass man das unter den Masken jeder vor sich herträgt, das scheint offensichtlich egal zu sein. Naja, man schreitet zum Äußersten und schreibt dem Arbeitsinspektorat einen Brief und fragt, ja liebe Freunde, wissen Sie das jetzt eigentlich mit dieser massivsten Grenzwertüberschreitung? Wisst du, was die Antwort war? Da sind wir nicht so stark. Was sagt uns das? Auf den Punkt getroffene, nur getroffene Hundebellen. Und was lernen wir daraus? Das Arbeitsinspektorat ist also für seine eigenen Agenten nicht zuständig. Na ja, ohne Worte. Und noch weiter zum Koldioxid. Also wie gesagt, das ist eigentlich stiftig in höherer Konzentration und vielleicht erinnert sich mal, ich meine jetzt ist das nicht mehr so üblich, aber früher hat man das mal gemacht mit Leuten, die sich sehr aufregen, die sich sehr retten, die hat man in einen Sack atmen lassen. Und was ist dann passiert? Wir haben ihr eigenes Koldioxid zurückgeatmet und sind dann ruhig geworden. Warum? Weil das eine narkotisierende Wirkung hat in höherer Dosis. Jede Ärztin, jeder Arzt, alle die im medizinischen Bereich oder auch im naturwissenschaftlichen Bereich im weiteren Sinne tätig sind, der weiß was Hyperkapnie heißt, der weiß was CO2-Narkose heißt. Genau das ist es, was permanent passiert, wenn man diese Masken auf hat. Erwachsene werden dadurch schon geschädigt, aber jetzt frage ich euch, was ist mit den Kindern? Herr Faßmann, wollen Sie sich nicht einmal vor eine Schule stellen und das Ganze dann erläutern, wie das ist mit dem Koldioxid? Und ich frage euch auch, ihr Eltern, warum lasst ihr die Kinder die Masken tragen? Diese Kinder werden geschädigt auf Dauer, neurogen geschädigt durch dieses Koldioxid und das ist ein Verbrechen und das ist noch nichts zu entschuldigen und das jetzt auch nicht. Und das macht mich hochgradig und unruhig und weil die Mehrheit die Lehrerinnen angesprochen hat, spreche jetzt auch die Lehrerinnen und Lehrer an. Es gibt tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die Angst vor Kindern haben, allerdings. Wisst ihr was? Seid im falschen Beruf. Auf Wiederschauen! Applaus Aber es gibt auch Ärztinnen und Ärztinnen, Ärztinnen und Ärztinnen und Ärztinnen und Ärztinnen, die Angst vor dem Patienten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann seid ihr im falschen Beruf. Wiederschauen! Applaus Für die Politikerinnen und Politiker gilt das Gleiche. Wer uns schadet, der ist in der Politik völlig fehl am Platz. Und das wird auch noch Konsequenzen zeitigen, auch wenn das andere besitzen wird. Applaus Und noch abschließend zu den Masken. Also man atmet immer mit Organismen ein und aus. Und wenn man das in diesen Plastikfetzen einatmet, hat man eine Grundstätte für Keime. Genau vor Mund und Nase. Die Dinger vermehren sich ja ohne Ende in kürzester Zeit. Und das atmet man dann wohl eh wieder ein auf die Steinhäute. Inklusive diesen Plastikputzen, die man da auch einatmet. Und jetzt frage ich die Maskenträger. Ja oder nein? Und da gibt es keine Zwischenantwort. Und dann habe ich noch eine Frage. Die Exekutivbeamten gesehen mit Masken. Ich möchte nicht hören, wir müssen. Ja, was muss man schon. Ich sehe ausgewachsene Männer. In Bahrain, wo man sieht, die kennen was, die wissen was, die sagen was. Aber sie glauben zu mir, das ist mit Masken. Was macht ihr, wenn einmal wirklich irgendein Gefahr ist? Was macht ihr, wenn einmal wirklich irgendein Gefahr ist, von der es irgendein Gefahr werden muss? Was muss sie dann? In der Tasche hinstellen mit ihrem 50 Kilo. Wo müssen dann die Kinder und die Frauen oder die alten Leute das hinstellen? Was ist mit euch? Wo ist denn euer Mut? Und ich höre immer wieder... Ja, aber ich habe Angst, das oder ich traue mich nicht. Wir alle haben Gedankenhunde, die vorkalopieren und die sich überlegen, ja was könnte denn sein, wenn ich das und das mache. Diese Gedankenhunde mit dem Namen Angst und Trau mich nicht, die bleiben jetzt einmal am Platz und die preschen nicht nach vorn. Weil, liebe Freundinnen und Freunde, es stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Alle 9 Millionen Österreicher und das gilt für die Regierungsriege genauso wie für uns alle. Da ist kein Millimeter mehr Platz. Wie weh muss es denn noch tun? Wie viele Arbeitslose wollen wir denn noch haben? Wie viele Leute mit den Masken umkippen wollen wir denn noch haben? Wie viele Leute in Angst und Schrecken wollen wir denn noch haben? Und eine Politik, die Angst macht, das ist das Widerwärtigste, das es gibt und das hat es in der Zweiten Republik auch müssen. Und diese Demonstrationen, die da jetzt allen Orten stattfinden, das ist der Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem politischen System, das den Dialog vorweigert. Wo sind denn die Politikerinnen und Politiker? Und ich fordere jetzt zum wiederholten Mal auf, stellt euch einer öffentlichen Debatte, das wird live gestreakt und das geht durchs Netz und da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keine Inszenierung, da gibt es nur live Rede und Antwort. Und ich höre so viele grausliche Geschichten, vor allem aus den Schulen auch, wie die Kinder drangsaliert und fast möchte ich schon sagen, terrorisiert werden. Und die Leute wenden sich an und sagen, bitte hilf mal, was kann ich tun? Herr Bassmann, Herr Bassmann, hören Sie mich? Stellen Sie sich doch einmal vor, so eine Schule oder in eine Schule und sprechen Sie mit den Eltern. Und dann steht die Rede und Antwort, ob das in Ordnung ist, dass Kinder terrorisiert werden, dass alle in Angst und Schrecken versetzt werden, dass die Kinder mit den Masken geschädigt werden, dass die nicht mehr entschuldigen wollen, dass die Eltern verzweifelt sind, dass sie die Lehrer vor völlig ominösen Dingen wirken. Herr Bassmann, Sie sind verantwortlich dafür. Jetzt stellen Sie sich doch einmal hin. Herr Bassmann, ich bin 100 Jahre Verfassung. Ich habe die Rede des Bundespräsidenten nachgelesen in den Salzburger Nachrichten. Herr Van der Bellen, die nötigen Einschränkungen im Suche der Corona-Pandemie waren leider eine Zumutung. Herr der Sancho hat dort Hölle in dem Satz, Herr Van der Bellen, diese Einschränkungen waren nicht nötig. Sie waren sogar verfassungswidrig. Es gibt nämlich keine Grund, die Grundrechte einzuschränken, dazu sind sie nämlich da. Und das ist auch keine Zumutung. Irrtum, das ist verfassungswidrig und nicht eine Zumutung. Und die einzige Zumutung ist was anderes. Man hat auch eine Frage gestellt, eine rhetorische. Ja, wie viel Einschränkung der Freiheit sind wir denn bereit, um die Gesundheit vor Covid-19 zu schützen? Ja, Herr Van der Bellen, wissen Sie, was die Antwort ist? Null. Wir sind überhaupt nicht bereit, unsere Freiheit einzuschränken. Und da geht's noch weiter im Text. Das richtige Augenmaß, weder in die eine noch in die andere Richtung darf man nicht verlieren, was die Grundrechte betrifft. Jetzt lassen wir uns das einmal auf der Zunge zergehen. Grundrechte in die eine oder andere Richtung. Er geht's noch? Da gibt's keine Debatte darüber, ob diese Rechte zu viel gewährt werden oder zu wenig. Das ist eine Fragestellung, die ungeheuerlich ist. Und Herr Van der Bellen, ich will es auch von Ihnen persönlich wissen. War das Absicht? Ich befürchte ja, weil Sie sind ein intelligenter, gebildeter Mensch. Wenn es nicht Absicht war, dann mag das vielleicht noch verzeihbar sein. Aber dann möchte ich es auch aus Ihrem Mund hören. Aber wenn es Absicht war, dann stellen Sie sich auch öffentlich hin und sagen Sie das und diskutieren Sie das mit uns. Aber widerspruchslos hinnehmen, tun wir das aber hundertprozentig nicht. Wenn ich das Wort Gesundheit höre, dann wäre ich sowieso schon gleich einmal ganz unrund, weil es gibt kein Recht auf Gesundheit. Normalerweise entnommen seine Domäne, über die man spricht, weil wenn man krank... Ein Recht ist immer einforderbar. Also wenn man jetzt krank ist, bei wem fordert man dann sein Recht auf Gesundheit ein? Also das gibt es nicht. Es gibt aber sehr wohl ein Recht auf eine ärztliche Versorgung. Das gibt's sehr wohl. Gesundheit besteht im Übrigen nicht aus einem Wort, das eine Blase ist, die über uns alle darüber gestimmt wird. Weil ich kann euch garantieren, keiner von euch, kein einziger war, ist ganz gesund und kein einziger ist ganz krank. Aber das ist auch überhaupt nicht so wichtig. Weil es gibt ja auch noch sowas wie eine Lebensqualität. Und die Lebensqualität, die stetige Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartungen in den industrialisierten Ländern in den letzten Jahrzehnten, die ist nicht deshalb gekommen, weil wir ein Arbeitsverbot hatten, weil wir die Kinder transailliert haben, weil wir uns einen Mallkorb aufgesetzt haben, weil man so alle Ex-Sperrt gehabt haben und Angst gehabt haben. Nein, das ist durch eine vernünftige gesellschaftspolitische Politik entstanden. Und über das sollen wir vielleicht auch noch sprechen. Kennen Sie das Märchen von des Kaisers neue Kleidung? Der Kaiser will neue Kleider. Es ist aber kein Stoff da, aus irgendeinem Mund, um diese Kleider anzufertigen. Aber alle Untertanen im Reich weben und nähen und sticken auf leeren Webstühlen, weben die Luft. Jeder weiß, dass das schaß ist. Jeder weiß, dass das irgendwann einmal tschäppern wird, aber man macht's halt. Und jeder sagt, gut, das ist aber schön. Man nimmt diese Kleider so schön und der Kaiser schaut das an und sagt, das ist wirklich von allerfeinsten Qualität. Und dann kommt der Tag der Anprobe und der öffentlichen Zuschaustellung. Der Kaiser geht hinaus, die Menge schreit O und A und ein Kind sagt, der Kaiser ist ja nackt. Nicht werte Regierungsrede. Ihr seid unnackert. Das Corona-Gemann, das gibt es nicht in dieser Art und Weise. Ihr nehmt doch eure Masken ab und zeigt uns euer wahres Gesicht. Wir kennen's eh schon. Aber was soll ich denn noch Respekt haben vor jemandem, der sich vor den vier Heiligen, unheiligen, also den drei Königen, die sich hinter einer Plastikwand bei der Pressekonferenz verschanzen und dort hineinschweben mit dem Gleichschritt und die Maske abnehmen? Wenn's nur lächerlich wär, war's nicht so schlimm, aber es ist ja zum Fremdschimmen. Und was soll man denn mit diesen Leuten anfangen? Ja, wenn aber jetzt wirklich eine Krise wäre oder wirklich ein Problem, braucht man dann Leute hinten am Link sich losstehen und sich einen Marker umbieten lassen? Nein! 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 Eure Kunden haben euch das verliebt. Wir kommen daraus. Jedes politische Amt, jede Funktion, jedes Regime, jede Regierung hat einmal ein Ende. Und die Weitschögerradition ist die Frage des Tages, der dreckigen Fetzen. Die Maske ist ein Symbol für die Demütigung, für die Unterwürfigkeit und für den Gehorsam. Sind wir demütig? Nein! Sind wir unterwürdig? Nein! Sind wir gehorsam? Nein! Aber sicher nicht, aber die Antwort war richtig. Aber sie waren noch zu leise, weil man muss es hören. Im Gemeinderat, weiter vorne im Landtag, im Nationalrat und im Bundesrat. Also, lassen wir uns demütigen? Nein! Sind wir unterwürdig? Nein! Und die alles entscheidende Frage, das meine ich ernst, sind wir gehorsam? Nein! Danke euch, ihr seid super. Ich lasse mir keine Angst machen. Danke! 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 Ich bin klinische Psychologe und ich bin jetzt auch hier, weil ich das mit meinem Berufsethos überhaupt nicht mehr vereinbaren kann, was da abgeht. Danke! 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 hat nämlich bereits eine Bedeutung. Die Bedeutung ist, also wenn ich jemandem gegenüber eine große soziale Distanz empfinde, dann begegne ich ihm mit äußerster Zurückhaltung. Ich finde ihn eher schulspathisch, fremdartig, gesinnsfeindselig. Eine geringe soziale Distanz der großen sozialen Nähe ist eher dem anderen mit Offenheit, dem Wohlwollen zu begegnen, ihn sympathisch zu finden und umzugehören. Trotzdem, wir haben auf der Social Distanzing bestanden und wir sind aber keine Insel, wir sind Menschen. Es ist ein Grundbedürfnis von uns, Nähe zu haben, soziale Nähe verstanden zu werden, Rückhaltung der Gruppe. Das ist kein Geschnörkel oder irgendwas, sondern ein menschliches Grundbedürfnis, ein essentielles. Und hier wird mit Schuld und Angst dagegen gearbeitet und das ist höchst perfide. Das nächste ist dieses Masken tragen, das uns auch irgendwie eben auf uns selbst zurückwirft und vereinzelt. Überall da, wo wir zusammenkommen, wo Menschen aufeinandertreffen können, werden sie eigentlich ihrer Individualität beraubt, ihres Gesichts, und somit auch ihrer Kommunikation. Also das ist ja unser Kommunikationsmittel. Der Großteil der Kommunikation findet sowieso nonverbal statt und man kann jetzt eigentlich nicht mehr erkennen, ob die Botschaft, wie man zumindest will, angekommen ist oder nicht. Und umgekehrt, versteht man nicht mehr, wie das eigentlich gemeint ist, was einem die anderen sagen wollen. Das löst auch irgendwo Stress aus und ich habe ja auch sagen lassen und ich weiß es auch von mir, dass die Menschen sich dann eigentlich schon zurückziehen über das Masse Social Distancing hinaus, was ja schon kein viele genug ist und dann eigentlich gar nicht mehr miteinander sprechen wollen, weil es einfach anstrengend ist, mit solchen Massen Menschen zu kommunizieren. Und Lockdown und Antenemaßnahmen, die eigentlich nur Lockdowns und die Hintertüre sind, sind für die Menschen quasi, also die sind eigentlich ein Arbeitsverbot. Und das löst in den Menschen auch Existenzängste aus, also tiefreifende Ängste, davor, dass sie sich ihren Lebensunterhalt nicht mehr beschneiden können, nicht mehr leisten können. Und dieser ganze Dauerstress, der verursacht wird, sämtliche Maßnahmen, kann sie bestellend uninfizieren, krank machen, somatisiert auch. Das heißt, wir haben dann typischen psychosomatischen Beschwerden von Herz-Kreislauf-Problemen, Herzrasen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gewichtsverlust, Appetitsverlust, Magdarmbeschwerden. Und, ja, es sublimiert, es schwächt und unterdrückt eigentlich das Immunsystem. Das, was wir brauchen eigentlich, um gesund zu bleiben. So, epidemiologisch ist das Ganze eigentlich überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Es macht überhaupt keinen Sinn, medizinisch oder epidemiologisch, allein wenn man bedenkt, dass man unter 65 Jahren sich diese Erkrankung eigentlich ziemlich gut statistisch gesehen leisten kann. Obendrein haben wir auch ein Definitionsproblem, wenn wir aus den Zahlen gehen, dass nämlich als Corona-Toter, und das kann man auf der offiziellen Seite des Sozialministeriums nachlesen, und das ist der größte, unsinnig größte Quatsch, den ich weiß nicht, noch nicht seit langem erlebt habe. Sofern man in den letzten 28 Tagen ein positives Festvergebnis hatte, wird man als Corona-Toter gezählt, wenn man an oder mit der Erkrankung verstirbt oder auch infolge einer anderen Erkrankung. So oder so ähnlich steht das auf der Sozialministeriumsseite. Das heißt, hier werden die Toten massiv überschätzt, und auf der anderen Seite werden die Dunkelziffer auch massiv unterschätzt. Das heißt, das Verhältnis, das dann rauskommt, ist ja noch einiges geringer, und das ist so schon bei der Zählweise, die hier angewendet wird, bei 0,00 irgendwas, also im Bereich einer Grippe. Und ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist sowieso, die Politik ist eigentlich in einer Blindschuld. Sie müssen sich erklären, wieso diese Maßnahmen gerechtfertigt sind und nicht. Wir müssen hier unten herum streiten. Welche Studie ist jetzt die richtige? Wer hat Recht? Wer hat da die Fake News? Das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Eigentlich müsste die Regierung die Gutachten offenlegen, und sie muss etwas transparentes und nachvollziehbar machen. Hier herrscht aber Willkür. Unsere Verfassung und das Grundgesetz schützt uns vor Willkür. Eigentlich. Sie schützt vor Machtausübung oder, ja, durch eine Willkür, Machtdemonstration und durch einfach die Meinung eines Politikers. So ist das eigentlich, wie in einem Polizeistaat exekutiert wird, der mit der Hand der Meinung von Behörden oder eines Politikers und nicht wie im Rechtsstaat üblich anhand der Gesetze. Das haben wir erlebt seit dem Lockdown. Dass die Gesetze einfach begangen worden sind und im Nachhinein dann operl haben. Das heißt, es ist jetzt wirklich sechs Wochen, acht Wochen daheim liegen. Naja, jetzt ist der Schaden so lang gerichtet. Und die Konsequenzen bleiben aus. Die Konsequenzen tragen es wir, sagen wir und unsere Kinder. Das nächste Woche, worauf wir uns zu sprechen kommen möchte, das sind sowieso die Rolle der Kinder in dieser Pandemie. Von ihnen wurde eigentlich immerhin gesprochen als Superspreader oder es wurde lauter darüber nachgedacht, wie gefährlich Kinder nicht für uns sind. Und sie wurden eigentlich richtig objektifiziert. Und ihnen werden Masken aufgezwungen. Im Prinzip ist das nicht weiter als Nötigung. Und ich möchte auch sagen, dass ich einen Verdacht habe. Nämlich, dass die Gesetze so schwammig formuliert sind. Es steht nämlich darin geschrieben, also in der Covid-19 Blockerungsverordnung, dass man die Masken aus gesundheitlichen Gründen, also dass ausgenommen von der Maskenpflicht Menschen sind, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können. Ein Beleg muss aber nicht erfolgen. Also diese Attestgeschichte, ich weiß nicht, wer sich die ausdacht hat, aber wir leben offenbar in einem Status, in einem Status, wo jeder einfach behauptet, was er will. Und alle halten sich daran, ohne das zu hinterfragen. Also die meisten. Und es ist jetzt so, diese Verordnung sieht ausnahmend vor, aus gesundheitlichen Gründen. Und viele versuchen aber dieses Gesetz trotzdem überzuerfüllen, womit sie eigentlich gegen das Gesetz, auf das sie sich berufen, stoßen. Und ich weiß nicht, wie man dazu kommt, sich der Macht zu bedienen, Kinder zu nötigen, Masken zu tragen. Vor allem möchte ich da an die Lehrer appellieren und an die Pädagogen. Das ist eigentlich die einzige Risikogruppe unserer Gesellschaft, die man schützen muss. Das ist die einzige Gruppe, die sich nicht selber erklären kann, nicht selbst für sich sprechen kann. Wir müssen darauf achten, dass es für den Hut geht und dass sie in der Schule in Sicherheit sind und dass sie dort durch die Lehre geschützt werden, durch so etwas. Und nicht, dass die Lehrer Befehle von oben ausführen, um sich selbst auf der sicheren Seite zu wehnen und den Kindern einfach die Masken aufzwingen. Und weil ich sage ihnen was, wenn ein Kind herkommt und sagt, ich will die Maske nicht tragen, mir geht es damit nicht gut, dann ist das ein hinreichender, gesundheitlicher Grot zu sagen, dann nehmen sie ab. In dieser Verantwortung kann sich niemand entziehen. Denkt mal drüber nach, was ist, wenn ein Kind umkippt? Was ist, wenn es einem Kind schlecht geht, wenn es umfällt und keine Ahnung, auf der Tischkante aufschlägt? Weil ihr euch das einfach nicht traut. Wer haftet? Ich frage das deshalb, es ist eine ethische Frage und eine rechtliche, aber offenbar ist es notwendig. Wer haftet dafür? Wie ist das rechtlich gedeckt überhaupt? Wenn man ethisch überhaupt nicht, darüber braucht man nicht sprechen. Das nächste, was ich sagen möchte, eigentlich an alle meine Wissenschaftskollegen, an alle Wissenschaftler überhaupt überhaupt, die ich kennenlernen durfte, meine ehemaligen Kommilitonen, wo seid ihr? Ich meine, ihr kennt euch auch aus mit Statistik, ihr kennt euch mit den Zahlen, Daten und Fakten aus, ihr braucht eigentlich keinen ORF oder kein Medium, dass euch das vorkommt. Geht euch einfach direkt auf die Seite, klopft euch die Zahlen rein, schaut euch das an. Das ist nicht so rechtfertig. Und alt liebt ihr eigentlich immer die Mann. All die, die wir gewarnt haben vom zweiten Weltkrieg und wie der Faschismus möglich war, seid ihr eigentlich gar nicht in der Lage, den Faschismus zu erkennen. Das bemerke ich erst jetzt. Jetzt muss man erst fragen, was ist faschistisch und was ist infaschistisch. Deswegen seid ihr auch so anfällig für diese orwellische Diktatur. Und ich wollte sagen, sie ist schon ganz bekannt, der Faschismus. Der Neue wird nicht kommen und sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, bleibt sie gesund. Dankeschön. Applaus Vielen Dank Lissi. Applaus für Lissi. Applaus 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 Und zwar, es geht die Auri herum mit einer Los-Box. Ich habe die Möglichkeit, hier hinten vom Ludo-2 sehr kritische Bilder zum Thema der Gemaltfahrt der Covid-19 zu ersteigern. Das Los A 5 Euro. Bitte beteiligt euch. Seid zu lieb, 5 Euro und 10 Euro noch besser, 20 Euro noch besser. Wir werden die Chancen steigen. Wir werden das heute noch verlosen. Erster und zweiter Preis. Diese beiden Bilder. Und das zweite ist ein persönliches Anliegen. Wir sind leider nicht in der glücklichen Lage, Presseförderungen zu bekommen, irgendwelche Initiationen von der Bundesregierung. Alles, was wir hier auf die Beine stellen, bezahlen wir in erster Linie einmal aus der eigenen Tasche. Ob das die Flyer sind, ob das das Kuchenpacken ist, ganz egal. Wir würden euch bitten, die Welt zu umgehen mit einer kleinen Spendenbox, da ein bisschen was hineinzuwerfen. Ihr würdet die ganze Aktion unterstützen. Vielen Dank dafür. Applaus 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 Ich sah ein Bild, in der Keile der Pharmazie, die nüge der Wehau von einer weltweiten Pandemie, und ich sah eine Macht, Überwachung und Ängste schütt, sah regierenden Stolz, unsere Wirtschaft zu Graben fütt, ich sah Menschen der Stadt, hinter Masken sich machtlos früh, die Lobby ist in die Kalt, ihre Dunkelberturen trieb, doch ich sah auch ein Kind, das voll blühender Freude war, eine hilfreiche Hand, und ein Küssen des Liebes war, und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor zwölf. Keiner Udo Jürgens, ja. Und ich sah eine Frau, die hervorfasst vor Einsamkeit, die soziale Distanz, in Gewändern der Versorgsamkeit, und ich sah einen Arzt, der für Wahrheit und Freiheit stand, dafür hatte man nie sein Behandlungsrecht aberkannt, doch ich sah auf die Kraft, die die Menschen zusammenwand, und die Wahrheit als Licht, und als Hoffnung für unser Land, und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor zwölf. Ich sah Medienlügel, was soll ich mit Zahlen begrühen? Ich sah Gesetze, wir drängen, ich sah Zensuren verhängen, ich sah Zensuren verhängen, ich sah Robil und zerstören, ich sah Überwachung gewähren, ich sah Konkurse von Massen, und ich sah auch den Mut, der so viele Zufahrheit bringt, jemand sagte zu mir, was die Zukunft hat jetzt für die Uhr, und ich sah auf die Uhr, bin ich seit der underlying Zeit, dass im Ihr märkt beMeich. 但是 habe ich wichtig, dass es in die�isióneronsinkung gelangt, not demoliert, das ist in die Uhr, und das ist in die Uhr, die wir heute nach, doch soll ich nicht einmal sagen, ich besonders in dich wie ein gewinnern estão technology, wie gerade Diese Menschen gehen und sich wundern nachdem, Na, 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 na. Ja, ich sah auch den Mut, der so Friede zur Wahrheit bringt. Jemand sagt, wenn's so weird, dass die Zukunft gleich jetzt beginnt. Ich weiß nicht, ob ihr fühlen könnt, wie das für uns Laien hier so ist. Wenn wir hier plötzlich reden sollen, das ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Aber wir machen es und ich möchte mit einem Satz beginnen und sie bewegt sich doch. Als ich diesen Satz vor vielen Jahren las, wie ich jung war, da dachte ich mir, boah, bin ich glücklich, dass ich in einer Zeit lebe, wo man der Erkenntnis folgt. Nachdenklich wurde ich dann bei Semmelweis, ihr kennt ja den Gynäkologen Semmelweis, von dem die Medizin so ganz stolz berichtet, was der nicht alles geschaffen hat. Habt ihr gewusst, dass Semmelweis seit seines Lebens angegriffen wurde? Dass ihn die Kollegen versucht haben zu denunzieren, dass Semmelweis unter sehr mysteriösen Umständen gestorben ist. Man hat ihn für verrückt erklärt. Und erst viele, viele Jahre später hat man seine Beobachtungen zu einer Erkenntnis erhoben. Ich möchte euch hier etwas vorlesen von Semmelweis, denn es erinnert mich an etwas, was wir jetzt auch gerade durchmachen. Semprimony. Ich trage in mir das Bewusstsein, dass seit dem Jahr 1847 Tausende und Tausende von Mächterinnen und Säuglingen gestorben sind, welche nicht gestorben wären, wenn ich nicht geschwiegen hätte, sondern jeden Irrtum, welcher über Kurporalfieber, dieses Kindsmäckfieber verbreitet wurde, die nötige zur Rechtweisung hätte teilwerden lassen. Das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten. Und denn jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindsmäckfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Für mich gibt es kein anderes Mittel, dem Morden Einhalt zu tun, als die schonungslose Entlarvung meiner Gegner und niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich dadeln, dass ich diese Mittel ergreife. Das war ein Brief von Semmelweis und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Kollegen gegangen ist, der nicht nur versucht hat, die Erkenntnis zu verfolgen, sondern jene gekämpft hat, die eigentlich genau das Gleiche tun sollten wie er, nämlich der Erkenntnis folgen. Und ich habe mir jetzt ein paar Namen rausgesucht und ich möchte über die Verbrechen dieser Namen berichten, oder dieser Herrschaften berichten. Ein Herr Herbert Niedelmann, er war Universitätsprofessor und publizierte im Jahr 1979 im New England Journal of Medicine, dass er einen Zusammenhang entdeckt hat zwischen Blei und dem IQ von Kindern. Ihm fiel auf, dass jene Kinder, die viel Blei in den Milchzähnen hatten, dass die einen sehr schlechten IQ-Test hatten. Und als er das versuchte, dann publik zu machen, was kam? Er wurde als Verschwörungstheoretiker, als ein Arzt, der, ich nenne es jetzt einmal schön, der sein Studium gewonnen hat. Er wurde von verschiedensten Instituten wie den Environmental Protection Agency, Office of Scientific Integrity, National Institute of Health lächerlich gemacht. Nur weil er darauf aufmerksam machte, dass Blei eine schädigende Wirkung haben möchte. Dazu muss man wissen, dass bis zu diesem Jahr das Blei in Malfarben, in Benzin, in wahnsinnig vielen Produkten enthalten war. Aber er ist nicht der einzige Verschwörungstheoretiker. Rachel Carlson. Ihr Verbrechen war es, dass sie die schädliche Wirkung von Dichlor-Difenyl-Trichlor-Ethan, ihr kennt das wahrscheinlich als DDT, publik gemacht hat. Da sie lesbisch war, hatte man sie bezeichnet als ein hysterisches Weib. Und ihr Verbrechen bestand nur darin, den Medizinern klarzumachen, du, vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir das DDT als Läuse-Prophylaxe einsetzen, als Malaria-Prophylaxe. Wieder lehnt sich das ganze medizinische Establishment gegen diese, unter Anführungszeichen, Verschwörungstheoretiker. Ein weiteres Beispiel. Alice Stewart, Ärztin. Sie hat es gewagt, herauszufinden, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der hohen Krebsrate bei wohlhabenden Eltern oder bei Kindern aus wohlhabenden Familien und der Röntgenuntersuchung. Bis zu dem Jahr 1940 hat man das Röntgen sehr kreditlos eingesetzt. Man hat Menschen, wenn sie sich Schuhe kaufen gingen, einfach geröntgt. Und plötzlich kam es zu einer erhöhten Rate von bösartigen Tumoren, hauptsächlich Bevorhabenden. Sie hat es publiziert. Und was war der Dank der Scientific Community? Sie wurde eben als lesbisches Weib tituliert. Ihr wurde die Berufsberechtigung entzogen. Und erst 25 Jahre später hat man ihre Erkenntnis dann gebilligt. Eine weitere Virologin, haugene Verschwörungstheoretikerin, Bernice Eddy, sie war am National Institute of Health beschäftigt und konnte nachweisen, dass im Impfstoff gegen die Polio ein Virus, ein Affenvirus zu finden war, den man bis dato noch nie im Menschen isoliert hat. Als sie ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam machte, hat man sie einfach gekündigt. Es kam, obwohl die Laboratorien wussten, dass dieser Impfstoff, dieser Polio-Impfstoff problematisch ist, kam es trotzdem zur Ausrollung des Impfstoffes. Über 200.000 Menschen wurden damals mit diesem Virus, diesem Affenvirus, infiziert, 70.000 erkrankten und viele Hunderte blieben mit bleibenden Schäden. Es war hier nicht möglich, die wissenschaftliche Gesellschaft zu überzeugen, dass diese Kontamination mit dem Affenvirus eine Gefahr darstellt. Erst 1996 fanden dann Forscher heraus, dass unser Genom mit diesem Virus komplett durchseucht ist. In über 23% der menschlichen Blutproben findet man jetzt dieses Virus, was eigentlich immer nur bei Affen vorhanden war. 45% der Sperma-Proben sind positiv. Und wisst ihr, wofür man dieses Virus im Labor verwendet? Das ist das SV40-Virus. Dieses Virus verwendet man dann dafür, um künstliche Tumore bei Versuchstieren zu erzeugen. Das ist, was wir jetzt in unserem Genom tragen, aufgrund einer verpfuschten Polio-Impfung. Sie hat es vor 30 Jahren publik machen wollen und wurde nur als Verschwörungstheoretiker abgetan. Gut, ich habe hier noch einen, einen letzten. Wir könnten diese Liste jetzt ewig fortsetzen und ich möchte euch dann erklären, worauf ich hinausfiel. Wir haben hier Anthony Morris, ein Bakteriologe. Der wagte es, seinem Vorgesetzten zu sagen, den liebe Leutern, irgendwie die Impfungen, an denen ich arbeite, die haben ja keinen Nutzen. Das war die Schweinegrippe-Impfung. Man riet ihm, er soll den Mund halten, sonst verliert er seinen Job. Er hat den Mund gehalten und öffnete ihn erst dann wieder, als es nach der Impfung zu vermehrten Auftreten von neurologischen Schweren Erkrankungen kam. Was war die Folge für ihn persönlich? Seine Laboratorien wurden geschlossen. Er durfte nirgendwo mehr publizieren und wurde vom NHA, National Institute of Health, entlassen. Ich könnte euch diese Liste jetzt ewig fortsetzen. Das sind die Peers und die Konstantinas aus der Vergangenheit. Das ist nämlich nicht etwas, wo die Medizin ein Einzelproblem hat. Das ist generell ein Problem in unserer medizinischen Gesellschaft. Es regiert nicht die Erkenntnis, es regiert nicht die Wissenschaft, es regiert nur das Geld. Ganz deutlich wird das sichtbar bei einem der letzten Kündigungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von... Moment, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich tue mir immer schwer mit Namen. Peter Götze. Peter Götze war der Gründer der Cochrane Library. Ich habe euch schon ein paar Mal was über die Cochrane Library erzählt. Das ist eine Datenbank, die gegründet wurde von Ärzten, weil ihnen am Nerv ging, dass es in der Medizin so unwissenschaftlich zugeht. Vor über 20 Jahren taten sich dann Leute zusammen wie Peter Götze und sagten, du passt auf, wir brauchen einen Biologen, einen Mathematiker, einen Mediziner, einen Physiker, die alle zusammen die Köpfe anstrengen und sich die bestehenden Publikationen, sich die bestehenden Therapieempfehlungen genau ansehen und sie evaluieren, ob sie wirklich auch einen Sinn machen. Das war vor 20 Jahren die Geburtsstunde der Cochrane Library. 2018 wurde Peter Götze gekündigt von wem? Von Bill Gates, weil er sich kritisch zu einer Impfung aussprach. Das ist es, wie es in der Medizin zugeht. Und wir haben hier drüben die Polizei steht. Und ich muss mich bei euch vielmals bedanken. Ihr macht einen super Job. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr zu einem Tatort kommt und ihr seht den Verbrecher, der mit dem Messer zusticht und ihr versucht es dann zu eurem Vorgesetzten zu gehen und ihm zu sagen, du pass auf, wir haben den Verbrecher gesehen, wir haben gesehen, was er gemacht hat und das Einzige, was ihr dann von eurem Vorgesetzten hört, ist, du bist ja ein Wahnsinniger, du bist ein Rechtsextremer, du bist ein Verschwörungstheoretiker, egal was, wie fühlt sich sowas an? Und ich habe auch bei mir die Frage, mir selber zu beantworten. Es fühlt sich schlecht an. Und genau deswegen stehen wir hier. Und solche Beispiele wie die Konstantiner oder wie der Peer, das soll für euch etwas sein, wo ihr wachgerüttelt werdet und anderen Menschen helft, klarzumachen, dass wir ein höchst korruptes Medizinsystem haben, eine Medizinwissenschaft. Ich habe euch hier ein paar Bücher mitgebracht und das ist auch nur die Spitze des Eisberges. Zu dem Thema gibt es nicht nur Bücher, nicht nur Dokumentationen. Es gibt wahnsinnig viel. Aber es wird nur dann eine Kraft bekommen, denn wir miteinander in Liebe aktiv werden. In diesem Sinne, alles Liebe. So, schnell kommt unser Jahr und nicht raus. Danke mal für deine Ausführungen. Ich bitte dich etwas über Corona-Datencheck, über Fechtbuch und Fens zu erzählen, damit die Leute da draußen wissen, worum es geht und damit wir uns noch mehr vernetzen können. Danke. So, wir haben da eine kleine Herausforderung da drüben und wir werden der Herausforderung nicht viel Kraft geben mit unserer Aufmerksamkeit, sondern wir fokussieren uns aufs Tun. Und ich höre immer wieder verschiedene Namen. Ihr hört es Corona-Datencheck, ihr hört es ICIs, ihr hört es Schlag mich los. Bitte, bitte. Es geht uns nicht um Namen. Wir sehen auch Corona-Datencheck zum Beispiel oder Fechtbuch-Fans nicht als ein Eigentum an, sondern diese Dinge bekommen nur eine Kraft, wenn wir aktiv werden. Wieso haben wir Fechtbuch-Fans gegründet? Wir versuchen uns seit vielen Monaten, Menschen ins Tun zu bekommen. Wir haben das zum Beispiel probiert mit Microsoft. Hat nicht geklappt. Wir haben es probiert mit Google. Hat nicht geklappt. Jetzt probieren wir es mit Fechtbuch-Fans. Das ist eine Seite, die ist so aufgebaut wie Facebook. Und wir versuchen dort Menschen eine Anleitung zu geben, dass sie miteinander ins Tun kommen. Das heißt, dass man dort nicht Fotos macht von sich selber, was man beim letzten Urlaub gegessen hat, sondern dass man sich überlegt, du, wenn ich jetzt was poste, wie kann ich da dem anderen helfen? Das heißt, weg von diesen Ego-Spielchen. hin zum Internet der Menschen. Menschen für Menschen. Und diese Plattform wird natürlich nur dann Leben bekommen, wenn ihr sie besucht, wenn ihr ein Verständnis entwickelt, das nicht gleich alles super toll klappen kann. Wenn ihr euch konstruktiv dabei beteiligt, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr Fehler seht auf der Plattform, sie uns mitteilt, geduld habt, dass das natürlich dauern wird, bis man das ändert. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Aber Ziel dieser Aktivitäten ist, nicht, dass man dann sagt, da ist eine neue Plattform, ein neues Facebook oder was nicht, sondern Ziel ist, dass wir Menschen miteinander uns auf Augenhöhe austauschen. Und egal, unter was für einem Namen das dann passiert, Hauptsache, es passiert. Die nächsten Schritte, die jetzt auf factbook.fans stattfinden, sind, dass eure Spenden, die hier reinkommen, und dafür auch viel Dank, dass die dort einmal öffentlich publiziert werden, und es wird dort genau publiziert, wofür das Geld verwendet wird, damit ihr auch seht, dass dieses Geld nicht für irgendeinen Schwachsinn sozusagen utilisiert wird. Das sind so die Dinge, die jetzt gerade ablaufen. Noch einmal, wir sehen das nicht als irgendein Ego-Spielchen vom Corona-Datencheck oder von irgendeiner Organisation. Ich glaube, wir alle fühlen uns als Menschen, und wir sind den Menschen verpflichtet. Maske weg, ganz genau. So, jetzt kommt noch ein Mann an die Bühne, einer derjenigen, wo ich mir denke, der Tag muss mehr als 24 Stunden haben, weil er ist nur am Tun, und tanzt auf 17 Hochzeiten. Er ist ein Wiener Unternehmer und Buslogistiker, er ist Initiator von Hang4Aug, und er ist Vorsitzender von Hang4Aug in mittlerweile 14 Ländern. Er war der Organisator der Friedenskette am Bodensee. Wo seid ihr? Wo sind diejenigen, die mit uns mit waren am Bodensee? Hallo, großartig. Letztes Wochenende, und er ist auch der Organisator von Halloween, dem Maskenpark für die Freiheit, wird am 31.10. und 1.11. dieses Jahres in Wien stattfinden, und darüber wird uns der Alexander jetzt berichten. Applaus Danke, Natascha, für die tolle Einleitung. Hallo, Graz! Applaus Hier bei euch zu sein ist für mich immer eine ganz besondere Freude. Ich liebe diese Stadt. Ich war beim Bundesjahr hier stationiert, ich habe hier meine Reisebüro-Ausbildung gemacht, ich habe diese Zeiten wirklich genossen. Ich genieße jeden Besuch aufs Neue. Ihr seid so wahnsinnig hochfahne, herzliche Menschen, und gleichzeitig, wann es Art auf Art geht, mutig und stark. Ich weiß das sehr zu schätzen, und ich bewohne euch dafür. Applaus Wie die Natascha ganz richtig gesagt hat, ich danke wirklich mittlerweile auf 100.000 Hochzeiten, versuche überall die Ressourcen, ich bin ja nicht alleine, sondern die Ressourcen, die Tätigkeiten meines Busverbandes in den Dienst der Friedensbewegung zu stellen, Sachen zu bewegen, Sachen zu vernetzen. Das Thema, über das der Jaro gerade zuletzt gesprochen hat, ist auch ganz wesentlich meines. Wir hatten einen Startvorteil, wir sind in die Corona-Krise bereits vernetzt hineingegangen, weil natürlich der Tourismus nicht anders kann. Wir waren ja immer schon vernetzt. Und so gesehen, können wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um Länder zu verbinden, auch über Sprachgrenzen hinaus, um Botschaften von dem einen Land in das andere zu bringen. Und damit möchte ich heute auch gleich anfangen. Ihr glaubt, wir stehen hier alleine? Nein! Nein! Während wir hier stehen, steht der Ljeka auf der Straße. Während wir hier stehen, findet der Schweigeralsch in Berlin statt. Und während wir hier stehen, marschiert auch London. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen, über die Sprachgrenzen und sogar über die Grenzen der Europäischen Union hinaus nicht aus den Augen verlieren. Weil Europa, das ist nicht eine Behörde in Brüssel. Europa, das ist ein Gedanke in unseren Herzen. Ein Teil unserer Identität. Dafür sind wir am Bodensee gestanden. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen, schwer zu sagen, wenn wir aus der Schweiz keine exakte Zahl bekommen haben, sind am Bodensee gewesen. Ich sehe ganz viele Friedenskette-Halsbücher hier in Graz. Viele auch von euch waren mit dabei. Und wir haben eine Kette gebildet als Zeichen für die europäische Einheit, aber auch als Zeichen für den Frieden. Ja! Friede! Was ist das? Ist das die Abwesenheit vom Krieg zwischen Ländern alleine? Nein, das ist es nicht. Friede beginnt im ganz Kleinen. Friede beginnt im Gespräch zwischen zwei Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Ja! Und ich trete immer wieder ganz stark dafür ein, wenn wir Frieden auf der Welt wollen, dann beginnen wir bei uns selbst. Sprechen wir mit Respekt und Geduld miteinander. Hören wir einander zu. Auch den Andersdenkenden. Ich finde das gerade schade, dass die ja, kleine Herausforderung, wie es Jaro genannt hatte, nicht jetzt gerade stattgefunden hat, sonst hätte ich die Herrschaften zum Gespräch hier aufs Podium gebeten. Wir müssen auch unseren Gegnern zuhören. Wir müssen denen zuhören, die in der Angst sind. Wir müssen denen zuhören, die auch Argumente haben. Es kann immer sein, wenn man mit jemandem ins Gespräch geht, dass das Gegenüber recht hat. Auch dazu müssen wir bereit sein. Denn wenn wir es nicht sind, dann werden es unsere Gesprächspartner auch nicht sein. In diesem Sinn und in diesem Geist bereiten wir uns vor, auf die nächste Großveranstaltung, die ich die Ehre habe, koordinieren zu dürfen. Und das ist unser zweitägiger Maskenball für die Freiheit. Hello, Wien! Ihr habt es nicht weit, gerade. Ich hoffe, jeden Einzelnen von euch dort zu sehen und noch viel mehr als heute hier stehen. Und ich hoffe, dass ihr nicht so da sein werdet, wie ihr heute da steht. Denn Halloween, das ist der Tag der Maske. Wir rufen ausdrücklich auf, an diesem Tag, tragt Masken, kreative Masken. Drücken wir unsere Inhalten und Inhalte und Botschaften durch die Maske aus. Da gibt es hundert Möglichkeiten. Und ich habe im Zuge der letzten Woche auch schon ganz, ganz viele Vorschläge gesehen. Ich schwanke ja persönlich noch ganz stark, weil es was ich gehen soll. So ein Alu-But ist recht attraktiv. Aber nein, Wissenschaft ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, wie betrifft denn die Corona-Pandemie die Wirtschaft? Hong-Fauwok ist keine Bürgerinitiative wie so viele andere, sondern ein Wirtschaftsverband. Der einzige, der geschlossen in der Friedensbewegung steht und gleichzeitig eine Branche verbringt, die durch die Corona-Pandemie quasi abgeschafft wurde. Wer braucht denn jetzt einen Reisehof? Außer Demonstranten. Danke fürs Fahren mit uns. Ganz besonders danke ich jedem Demonstranten, die sich im Zuge der Friedenskette auch dafür entschieden haben, tatsächlich mit einem Hong-Fauwok Bus zu fahren. Auch wenn wir manchmal ein bisschen neuer sind, ganz bewusst, als Wittbewerber, ist das ganz wesentlich, weil wir ja unsere Ressourcen und Energien nicht bloß in die Beförderung stecken. Wir haben das Ganze aufgezogen und organisiert. Wir tun auch viel mehr. Wir arbeiten in der Vernetzung. Wir arbeiten auch an IT-Projekten für eine alternative, bessere Zukunft. Und da möchte ich eines erwähnen, dass Montag oder Dienstag sagen meine Programmierer endgültig veröffentlicht wird. Weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt. Querschlafen, komm. Schlafen unter Freunden. Wenn man zu so einer Demo fährt, ist es relativ teuer. Man braucht ein Ticket, ein Bus, eine Bahn, irgendwas. Oder man fährt mit dem Auto und bezahlt keinen Sinn. Und wenn man jede Woche zu einer Demo in einer anderen Stadt fährt, geht das ganz schön ins Geld. Dann kommt man in ein Hotel, wo man vielleicht gar nicht willkommen ist, wo man große Probleme bekommt, oder wo es von vornherein heißt, auch jetzt ja leider schon nur Verordnungen, ein Münchner darf in Baden-Württemberg nicht mehr in einem Hotel nächtigen. Ein Wiener sowieso nicht, weil Wien ist ja Risikogebiet Nummer 1, also brandgefährlich. Und um so etwas zu vermeiden, ist auch die Vernetzung wichtig. Es gibt viele von uns, die sagen, ja klar, ich habe ein Gästezimmer. Ich kann einen oder zwei aufnehmen für die Zeit der Demo. Oder auch länger. Oder auch einfach mal nur so besuchen, einander kennenlernen. Ich werde jetzt ja sagen, ja, das gibt es ja, das ist Couchsurfing. Der Unterschied ist, bei Couchsurfing wisst ihr nicht, ob ihr dann nicht erst recht ins Streiten kommt und ob derjenige, zu dem ihr kommt, offen ist für ein respektvolles Gespräch. So gesehen freue ich mich sehr darauf, wenn das online geht. Ich rufe dazu auf, tragt euch bitte vielfach ein. Es kann nur funktionieren, wenn die Menschen das auch annehmen. Nämlich sowohl die, die ein Zimmer suchen, aber nicht nur die, sondern auch die, die eins haben. Und wenn ihr heute hier in Graz steht und sagt, ja in Graz brauche ich ja kein Zimmer, da wohne ich ja. Vielleicht seid ihr dann so wie viele von euch demnächst einmal am Bodensee und braucht aber dort eins. Und vielleicht möchtet ihr vom Bodensee hierher kommen zur nächsten Demo in Graz. Reden wir noch ein bisschen über Halloween, über den Maskenball für die Freiheit. Wie soll das ablaufen? Wir haben im Augenblick ein ziemlich groß angelegtes Konzept. Am Vormittag des ersten Tages Länderbühnen in verschiedenen Sprachen, auch für Initiativen aus unseren Nachbarländern. Da haben wir derzeit ein kleines Problem, wegen der zunehmend strenger werdenden Reisebeschränkungen, wo immer mehr unserer Nachbarn Probleme bekommen, wenn sie zu uns kommen. Wir arbeiten hier an einem Alternativkonzept für den Vormittag. Das wird etwas kleiner dimensioniert sein, als bisher angekündigt, leider. Aber wir verstehen natürlich, dass jemand, der hierher kommt, nicht unbedingt anschließend zwei Wochen in eine Zwangsgarantäne gesteckt werden will. Das hat ja Auswirkungen auf den Alltag, den Beruf. Das ist ein ziemlich großes Investment. Es gibt einige, die sagen, ich mache es trotzdem. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, das ist es mir persönlich nicht wert. Ich unterstütze euch aus der Ferne. Und auch diesen Menschen sind wir natürlich dankbar, wollen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, das zu finden. Werden daher einige der Länderprojekte vermehrt im Online-Bereich ansiedeln, so dass die Teilnahme möglich ist, auch wenn man nicht vor Ort dabei ist. Am Nachmittag haben wir dann die Hauptgrundgebung. Da werden wir eine ganze Reihe klingender Namen auf der Bühne haben. Menschen, die euch bekannt sind, sowohl aus Österreich als auch aus den freien Medien, als auch eben aus Deutschland. Einige der Star-Gäste, die sich unter anderem angekündigt haben, sind der pensionierte Polizeibeamte Karl Wietz aus München. Unsere liebe Vicky Karr, auch aus Bayern, der das Global Peace Mantra gesungen hat am Bodensee. Zwei Männer, die ihr schon kennt, mit denen ich hier in Graz schon auf der Bühne stand, Samuel Eckert und Obe Schieffern, die aber beide wegen der Reisebeschränkungen noch etwas zögern. Also das ist im Augenblick-Frage. Es hat sich auch angekündigt, Michael Ballweg und viele, viele, viele andere. Es haben sich aber angekündigt, eine ganze Reihe der Anwälte für Aufklärung. Und das ist mir ein besonders wichtiges Thema. In vielen Fällen ist unser letzter Weg, die Demokratie und die Grundrechte bzw. die Verfassungsrechte zu schützen, der Weg zu den Gerichten. Und in vielen Fällen werden Bestimmungen, die zuerst alternativlos sind, plötzlich von einem Gericht als verfassungswidrig erkannt und aufgehoben. Dafür brauchen wir Anwälte, die uns unterstützen, in allen Ländern. Und ich freue mich sehr, dass die Anwälte für Aufklärung hier auch aus Deutschland nach Wien kommen werden und auch sprechen werden. Vielen Dank. Es gibt auch noch eine Initiative, die kommen wird, und zwar eine ganz junge, aber dafür umso dynamischere und stärkere, nämlich die Initiative Unternehmer stehen auf. Seit meiner ersten Demorede am 2. August wiederhole ich es in jeder Rede. Wo seid ihr anderen? Ihr seid genauso betroffen wie das Fußreisegenerbe. Ihr seht es in euren Bilanzen. gleichzeitig, es geht um euren Kunden, es geht um den Berufstädiker, der ausübt. Wo seid ihr? Ja. Es ist soweit, es bildet sich eine dynamische Bewegung. Ich habe heute und gestern ganz viele Namen gelesen, die sich da in kürzester Zeit zusammenschließen und vernetzen. Da ist jetzt richtig was in Schwung gekommen. Endlich. Danke für den Unternehmer, der sich interessiert, der mit uns in Kontakt bringt, der sich vernetzt. Und Halloween wird für Unternehmer ein besonderer Schwerpunkt sein. Natürlich, denn wie gesagt, Halloween ist eine Home for Hope, ist eine Wirtschaftsinitiative. Und das Unternehmertum in allen seinen Zeiten als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer, wird in Form einer eigenen Wirtschaftsthematik in den Schwerpunkt gekommen. Dann geht es weiter mit einem Buscorroso um die Wiederingstraße. Buscorrosos und Busdemos haben wir sehr viele gemacht, über 600. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ziemlich unüberhörbar sind. So ein Reisebus ist recht groß und hat eine recht laute Gruppe und die werden wir auch entsprechend zum Einsatz bringen. Im Anschluss gibt es dann wieder was für die Fußgänger und zwar einen Lichtermarsch. Einen Lichtermarsch auf der Wiener Ringstraße, dem wir ganz bewusst kein präzises Motto geben. In Verbindung mit dem Aufruf zu kreativer Maskierung laden wir euch ein, bildet Themengruppen, macht wie im Rio beim Karneval Umzugsgruppen, die jeweils ein Thema symbolisieren, ansprechen, ausdrücken oder geht einfach nur einzeln mit. Wie es euch lieber ist, Hauptsache, wir sind viele, Hauptsache, wir werden immer mehr und Hauptsache, wir sind auch auf der Wiener Ringstraße, so wie am Mondensee, rundherum. Da sind wir bei einem weiteren meiner Lieblingsthemen. Rundherum. Warum sage ich das so gern? Es ist meine Antwort auf die Frage, wie steht ihr politisch? Seid ihr Mitte, seid ihr Rechts, seid ihr Links, was seid ihr? Wir sind rundherum. Wir sind das Volk. Was mich besonders freut, wir werden bei Halloween auch eine Veranstaltung haben, die mir persönlich aus meiner Geschichte heraus besonders am Herzen liegt. Wir werden eine Veranstaltung in Deutsch und Hebräisch haben als Mahnung gegen Krieg, Faschismus, Diskriminierung und Gewalt. Ja, und am nächsten Tag ist im Augenblick das Konzept, dass wir den Tag des friedlichen Wandels begehen. Was ist damit gemeint? Im Augenblick ist es so, überall im ganzen deutschen Sprachraum und weit darüber hinaus stehen, so wie hier die Menschen auf der Straße und hören, faszinierend reden. Die sind von hoher Qualität, hier gerade vor mir, von Yaro. Toll. Wirklich interessant, Medizingeschichte, medizinische Aspekte, fantastisch. Aber Argumente allein bringen uns nicht wirklich voran. Wir brauchen konkrete Aktionen, die nicht nur für eine Veranstaltung halten, sondern darüber hinaus. Vernetzungsdinge, die Factbook-Fans, das ich sehr schätze. Ich unterstütze den Aufruf, bitte werden dort aktiv. Es ist toll, es hat Riesenpotenzial. So was wie Querschlafen-Kon, das sind Anfänge. Aber wir brauchen viel mehr. Und was genau, das können nicht ein paar entscheiden und beschließen. Dafür brauchen wir eine breite Diskussion mit Vorschlägen, mit Ideen, mit Abwägungen, mit Für und mit Wider. Und das soll am Tag des Friedlichen Wandels geschehen, auf der Donauinsel, mit mehreren verschiedenen Bühnen und Standorten, wo nicht nur die üblichen Redner sprechen, sondern wo wir auch ein Open Mikro haben, wo jeder von euch Ideen für eine bestimmte Thema beitragen kann, Vorschläge machen kann und wo wir miteinander eventuell auch in Form von Gesprächsrunden, Podiumsdiskussionen etc. ins Gespräch hineingehen können, was machen wir sonst noch, was brauchen wir sonst noch, damit wir zu unserem gemeinsamen Ziel kommen. Jetzt ist die Frage, was ist unser gemeinsames Ziel? Ja, das haben wir klar beantwortet, als wir in einer großen, grenzüberschreitenden Konferenz in Salzburg beisammengesessen sind und sechs Stunden lang gesprochen haben darüber, was sind eigentlich die fundamentalen Werte, für die wir alle eintreten. Vier Punkte. Eigenverantwortung, transparente direkte Demokratie, Selbstbestimmung, Achtung, Verantwortung und Respekt für alles Leben. In diesem Sinne, ich freue mich auf den Wien, freue mich jeden von euch, heute zu sehen. Danke, dass ich hier sprechen möchte. Vielen Dank, Herz. Vielen Dank, Katja. Ich gebe das Leben aus Glück. Danke, Alexander. Der übrigens, kann und will sich heute in Berlin sein, der Sonntest, zu uns nach Granz gekommen. Danke, Alexander. Danke. Okay, es geht weiter im Programm. Wir haben heute am Vormittag schon die Künstler-Demo gehabt. Das ist eine riesengroße Gruppe, die sich da umrankt und denen auch in dieser Corona-Wahnsinns-Zeit der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Grazer Urgestein, der vorher noch sehr jung ist, hier haben. Grazer Schauspieler, Kabarettist und Österreichs bekanntester Comedy- Verwandlungskünstler ist heute hier. Begrüßt mit einem positiven Applaus Gerloth Haas. Hallo, vielen Dank. Danke für die liebe Begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Gedanken zur momentanen Situation mit Ihnen teilen darf. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass ich persönlich spreche, nicht für irgendeine Gruppe oder für eine Vereinigung und dass ich mich ganz klar von allen politischen Parteien distanzieren möchte und von allen Menschen, die andere diskriminieren oder ohne Respekt oder ohne Wertschätzung behaupten. Wer mich aus meiner Organe kennt, der weiß, dass ich kein politischer Kabarettist bin. In meinem Schuss geht es mir darum, die Menschen über das Lachen offener zu machen. Offener für mehr Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Selbstannahme und für mehr Vertrauen ins Leben. Und gerade das Vertrauen ins Leben ist es, dass zur Zeit so viel fehlt. Wobei ich kann jeden verstehen, der Angst hat. Ich kann jeden verstehen, der Angst hat aufgrund der vielen Meldungen in den Zeitungen, in den Medien und aufgrund dessen, was man von der Politik seit Monaten hört. Ich kann es auch deshalb so gut verstehen, weil ich bis vor 20 Jahren selbst ein unglaublicher Hypothomber war. Ich habe unter enormen Krankheitsechsen bis hin zu Todesechsen gelitten und ich war jedes Jahr bei unseligen Ärzten. Jedes Symptom, das ich an meinem Körper wahrgenommen habe, habe ich sofort gegoogelt und bei den möglichen Diagnosen im Internet dann immer die schlimmste angenommen. Meine Ängste wurden auch dadurch immer größer, weil die Meinungen und Diagnosen der Ärzte, die ich aufgesucht habe, sehr oft extrem weit voneinander abwischen. Bei den geschwollenen Lüpfknoten zum Beispiel war von völlig unbedenklich bis um Gottes will sie mich sicher bösartig sofort rausschneiden, alles dabei. Die Tatsache, dass es auch unter den Ärzten so viele unterschiedliche Einschätzungen ein und desselben Symptoms gab, hat mich damals zu tiefst verunsichert. Was mir dann letztendlich geholfen hat, war die Konfrontation mit meinen Ängsten. Das habe ich nicht allein geschafft, unterstützt haben mich dabei ganzheitlich denkende Therapeuten und Ärzte, die Körper und Geist als Einheit sehen und nicht immer nur die Körperteile ihrer jeweiligen Fachgebiete, sondern die gesamten Menschen, die erarbeitet ein mit sich. Und erst die Beschäftigung mit meiner Angst vor dem Tod und die bewusste Akzeptanz und Integration meiner eigenen Sterblichkeit haben mir wieder Vertrauen und Freiheit gebracht, um mein Leben mit Freude und weitgehend angstfrei leben zu können. Und jetzt kommt es mir so vor, als würde sich ein Großteil der Menschen in einer Art hypochondrischen Hysterilbefriede. Die meisten von uns neigen dazu, den Tod so gut wie möglich zu verdrängen. Wenn ein Verwandter oder jemand aus dem Freundeskreis stirbt, ist das Thema kurz da, um dann möglichst schnell wieder weggeschunden zu werden. Zu groß ist unsere Angst vor der eigenen Sterblichkeit. Eine berühmte Psychologe hat einmal gesagt, jene Angst ist im Grunde nur eine Ableitung vor der größten Angst des Menschen, der Angst vor dem Tod und ich glaube, da ist was dran. Seit Corona ist der Tod täglich Thema der Medien. In jeder Zeitung, in jeder Nachrichtensendung und in den sozialen Netzwerken. Jeder Corona-Tode wird gezählt und ist wie egal wie alt auch immer eine Schlagzeile wert. Jeder Corona-Tode ist einer zu viel und muss verhindert werden. Hört man von der Politik und von den Medien und sie erwecken dabei den Eindruck, als ob nur noch ein Corona gestorben würde und als ob der Tod ein Feind wäre, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gibt. Dabei ist das, wie wir alle wissen, ein aussichtsloser und sinnloser Kampf. Ist es nicht viel sinnvoller, mit dem Tod Frieden zu schließen und dann vielleicht erstmals angstfrei, gelassen und freudvoll wirklich zu leben? Sie kennen sicher alle das Sprichwort, Angst ist nie ein guter Berater. Und das stimmt. Angst macht den Horizont eng und sie macht uns auch manipulierbar. Das sehen wir derzeit wahrscheinlich wie selten zuvor. Weltweit akzeptieren die Menschen völlig unverhältnismäßige Maßnahmen, die keine Lösung, sondern nur eine weitere Verschärfung des Problems darstellen. Das was tun sie meiner Meinung nach vorrangig aus Angst vor dem Tod. Wobei ich beobachte auch noch zusätzliche Gründe für dieses Verhalten. Viele Menschen wollen meiner Meinung nach ihr Weltbild, in dem sie sich sicher fühlen, nicht in Frage stellen. Sie wollen glauben, dass Politik, Medien und Wissenschaft stets wohlwollend und im allgemeinen Interesse handelt. Und es will nicht beachtlich, dass nach Skandalen wie Hypo-Alpe-Aria, Barabon-Bupok, Edekon, Konditioner-Romantik, Kommerzialbank etc. das Vertrauen der Menschen in die Unbestechlichkeit der Politik noch immer so groß ist. Besonders weil die genannten Skandale, und da bin ich sicher, nur die Spitze des Eisbergs sind. Das meiste fliegt sowieso nicht auf. Ähnliches gilt auch für die Wissenschaft. Zu aktuellen Studien gibt es oft sich gegenseitig widersprechende Studienergebnisse. Je nachdem, wer die Studien in Auftrag gibt und welche Interessen dahinterstehen. Am glaubhaftesten sind für mich daher Studien, die keinen finanzielle Vorteile bringen. In letzter Zeit hat mich zum Beispiel beeindruckt, die differenzierte Studienanalyse von Frau Prof. Dr. Ines Kappstein, einer renommierten deutschen Krankenhaushygienikerin, die nachgewiesen hat, eine allgemeine Maskenpflicht ist nicht nur so gut wie wirkungslos, sondern sogar schädlich. Weil von diesem Ergebnis profitieren weder die Firmen, die um unzählige Millionen Masken herstellen und produzieren und verkaufen, noch die Politik, sondern nur wir Menschen. Auch die Medien machen Gewinn mit der Angst. Und davon auszugehen, dass hier wirklich ausschließlich objektiv fundiert und vor allem unabhängig berichtet wird, ist im Hinblick auf staatliche Presseförderungen und Finanzierung unserer Medien über Werbekunden ziemlich naiv. Aber wie gesagt, viele Menschen sind nicht bereit, an ihrem Weltbild rücken zu lassen. Für andere wiederum, und dazu gehören vor allem leider auch einige unserer Politiker, kommt es nicht in Frage, jetzt nach mehr als sechs Monaten einzugestehen, dass sie sich in ihrer Einschätzung der Gefahr durch Covid-19 geirrt haben. Einem Irrtum zuzugeben ist für diese Leute kaum machbar. Zu groß ist ihr Ego und scheinbar hat er sich bis zu Ihnen noch nicht durchgesprochen, dass das Eingeständnis von Schwächen eine große Stärke ist. Die Menschen, die in erster Linie Angst vor Quarantäne und den daraus möglicherweise entstehenden Folgen für Beruf und Familie haben, kann ich noch am besten verstehen. Und zuletzt fallen mir noch diejenigen ein, die alle Maßnahmen aus Eigennutz und Hinterflag hinlernen. Ich kenne einige, die mir sagen, dass es ihnen so gut wie nie geht. Sie arbeiten 10% und kriegen 80% gezahlt. Vermutlich wird sich ihre Stimmung und Meinung erst dann ändern, wenn in vielen Fällen die Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit mündet. In nicht wenigen Branchen haben wir schon einen Vorgeschmack auf das, was noch viele treffen werden. In der Reisebranche, im Städte- und Kongress-Tourismus, bei den Gastwirten, den Nachtclubs, den EPUs, sogar bei den niedergelassenen Ärzten oder in meiner Branche der Kunst und Kultur. Wir dürfen zwar inzwischen unter strengen Auflagen wieder auftreten, aber sehr viele Veranstaltungen müssen abgesagt werden, weil sich die meisten Menschen aufgrund der Panik machen, nicht in geschlossene Räume trauen. Und das, obwohl laut dem Leiter der AGES selbst bei vollbesetzten Theatern ohne Maske und ohne Abstand die Ansteckungsgefahr nicht erhöht wird. Das trifft vor allem Künstlerinnen und Künstler wie mich, die noch nie eine staatliche Subvention erhalten haben und sich ausschließlich über Dicketverkauf finanzieren. Aber an unseren Auftritten hängen auch unzählige Menschen von technischen Personal über Agenturen, Tarnsteuter bis hier zu Kretan. Über 180.000 Personen sind das in Österreich im Kunst- und Kulturbereich. Und all das in einer vollkommen überzogenen Angst, die keine reale Grundfrage hat. Ich habe in den letzten Monaten mit zig Expertinnen und Experten unzählige persönliche Gespräche geführt. Darunter mit Universitätsprofessoren für Hygiene und Statistik, mit Klinikvorständen, Intensivmedizinern, die Corona-Patienten betreuen, mit Virologen und Epidemiologen mit den inzwischen sehr bekannten Dr. Hadesch oder Dr. Allerberger von der Hadesch. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass inzwischen so gut wie alle die Situation entspannter sehen und sich zumindest schon einmal im privaten Gespräch für eine Abschaffung der Maßnahmen und für eine Rückkehr zur vollkommenen Normalität aussprechen. Ich wünsche uns allen, dass immer mehr Ärzte den Mut haben, ihre kritische Meinung öffentlich zu äußern und die politischen Verantwortlichen zu einem raschen Umdenken aufzufordern, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Wir müssen mit dem Corona-Virus und das ist auch meine Überzeugung ganz normal leben lernen, die egal jedem anderen Virus auch. Die vorherrschende Politik der Angst vernichtet nicht den Corona-Virus, sondern zerstört die Grundlagen unseres Wohlstandes und unserer Hohe Lebensfreude. Angst kann mit Sicherheit den Tod nicht verhindern, sie verhindert nur die Freude am Leben. Und das sieht man auch, die Menschen gehen zwar noch irgendwie mit Maske und Abstand zum Sparen, aber haben anscheinend die Freude an schönen Stunden im Theater, Kinokonzert oder bei Festen schon verloren. Und auch das liegt an den übertriebenen Maßnahmen der Regierung. Dabei wäre der von der Politik getätigte Aufruf zur Eigenverantwortung ja an sich vom Begriff her sinnvoll. Aber Eigenverantwortung kann nicht eine blinde Befolgung sinnwidriger und die Gesellschaft schädigender Maßnahmen betonen. Wir sollten bedenken, für die Entstehung und den Ausbruch jeder Krankheit, völlig egal ob Virus, Bakterien, Automonerkrankung, Krebs, was auch immer, ist das Immunsystem entscheidend. Ist das Immunsystem stark genug, kann unser Körper allen Stand bleiben. Insofern kann aus meiner Sicht echte Eigenverantwortung nur bedeuten, das Immunsystem zu sterben. Und wie man das macht, weiß man heute schon sehr gut. Das kann auch jeder im Internet nachschauen und durch die Ernährung, Bewegung, zusätzliche Vitamine wie Vitamin C, Seizin, Vitamin D und vor allem durch Sehenghygiene, Lebensfreude und Angstfreiheit. Ich bin sicher, wenn sich anlässlich von Corona viele Menschen mit ihren Ängsten und ihrer Sterblichkeit konfrontieren und anfangen, ihre Prioritäten überdenken und gegebenenfalls neu ordnen und dann mit Freude und neuem Vertrauen wieder voll ins Leben gehen, wäre diese Krise eine Riesenchance für einen Mann. Wir wissen, jeder von uns erzeugt seine persönliche Realität durch seine Reaktion auf die äußeren Umstände. Und die äußeren Umstände können wir nur beeinflussen, indem wir entsprechend auf sie reagieren. Ich wünsche uns, dass uns wieder bewusster wird, wie viel wir eigentlich selbst in der Hand haben. Ich entscheide, ist das Glas halb leer oder halb voll? Reagiere ich auf Corona mit Angst und übertriebener Vorsicht oder indem ich eigenverantwortlich mein Immunsystem stärke und mit neuer Zuversicht ins Leben gehe? Was glückbringender ist, wird vermutlich jedem klar sein. Und vielleicht gelingt es uns heute hier, dass jede und jeder, der heute hier ist, dazu etwas beiträgt. Wenn immer wir wieder mit einem Menschen in unserem Umfeld zusammen sind, der Angst hat und es schaffen, ihm oder ich in die Angst zu nehmen, erzeugen wir dadurch ein Feld des Vertrauens in eine gute Zukunft. Und das wünsche ich uns. Es wäre nämlich schön, wenn unser Bundeskanzler dann demnächst im Fernsehen sagen könnte, bald wird jeder jemanden kennen, der die Corona-Amts endgültig bloß geworden ist. Danke. Danke. Alles Gute. Danke. So, ganz ehrlich, wenn ihr wieder was zu klapp haben wollt, und ich hoffe, das ist euch wichtig und unterstützt auch den Gernot. Ich habe Tränen gelacht letztes Jahr, aber haben ihn zweimal besucht. Er hat zwei Programme, die bald anstehen. Das eine ist Meine Liebsten Witze. Das ist ein neues Programm, das wirst du am 20. November, ist das richtig? Im Theater der Kommune Graz, inklusive Leid, Musik zum Besten geben. 20. November, ja, notiert es euch. und am 21. Jänner, 21 ist schon ein bisschen hin, aber könnt ihr euch auch schon merken, jetzt Weihnachtsgeschenke stehen bald vor der Tür. Ebenfalls in der Kommune Graz spielt es ein aktuelles Komedienprogramm, viel, viel, hurra! Und da schlüpfst du in die Kleider von 20 Prominenten, ist das richtig? 20? Es sind über zwei, über 20, ja, alle in Kostüm und Maske, da ist eben unser Bundeskanzler auch dabei, den hier, glaube ich, jeder sehr gerne sieht. Zum Beispiel, der Rollshow sind schon gesehen, ja, in Zukunft, sicher sehr freundliches, überschärfende Freunde, mit scheines Himmel, eben in der Tasche. Einige, also, 20. November, ein paar Jahre, und vielen, vielen Dank, allen lieben. So, und jetzt ein bisschen Zeit verzögert, bitte ich die Miri mit ihrer Doktor Amalia auf die Bühne, wir werden die Verlosung durchführen der beiden Bilder, die der Lugo gemalt hat, kritisch zum Thema Corona. Wenn du so lieb bist, Amalia, kannst du bitte ein Los ziehen für den zweiten Preis, das ist dieses Covid-19. Wir machen da mal rein, und eins rausnehmen, ein Los. Dankeschön, das ist ein grünes Los, also alle, die grünes Los haben, haben schon mal eine Chance, und zwar die Nummer 60. Gratuliere. So, Amalia, magst du das Bild übergeben? Das Universum hat funktioniert, der heute 61, es ist dann anders geworden, die Nummer 60, ich habe die Kontrolle gemacht, dann herzlichen Glückwunsch, dein Bild. Applaus, danke für die Spende, danke allen, die haben losgekommen. Dankeschön. und jetzt der erste Preis ist dieses sehr futuristische Bild von Bill Gates. Bitte, Amalia, bitte so lieb ist. Einmal noch ziehen. So, jetzt haben wir ein Pinkes losgezogen, für alle, die ein Pinkes los haben, und zwar gewonnen hat die Nummer 26. Ja, ihr seid der hat die Nummer 26. Jawohl, da kommt ein Herr von hinten. Applaus, Applaus, Applaus! Hi, liebe Sie! Jetzt fällt sie doch aus, wenn wir aus einem anderen Bundesland nach Graz kommen. Wir haben uns in Bregenz getroffen, bei der Finskette, wie geil ist das denn? Ich danke dir für alles, das gehört mir nicht. Applaus für die. Ich würde gerne, wenn es machen, das haben wir uns vorhin schon ausgemacht, wir haben eigentlich wussten, wir würden das Ding bei Uli und ich. Wir würden gerne, wenn es, nicht weil wir es nicht wertschätzen, im Gegenteil, aber wir würden gerne für die Initiative da, die ist jetzt noch verlosen, wenn das okay ist. Versteigern! Entschuldigung, Versteigern! 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 Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Versteigerung in 10-Euro-Schritten. Ich würde mal sagen, wo fangen wir an? 100 Euro ist gut, ja? Gut, das ist! 100 Euro ist gut, ich bitte um Handtipp, wer ist bereit, 100 Euro für den Bild jetzt zu bezahlen? 100 Euro hier in der Winter daher. Wer ist bereit, auf 110 zu erhöhen? Bietet jemand 110 Euro? 110 Euro? Hier einmal 110 Euro zur Linken. 110 Euro sind geboten, wer bietet 120 Euro für den guten Sekt? Jawohl, es wird nochmal drüber geboten. Herzlichen Dank! Höre ich 130 Euro? für den guten Zweck. 130 Euro? 130 Euro! Ich glaube, die zwei Herren machen sich's aus. Höre ich nochmal eine Erhöhung auf 140 Euro? 140 Euro! 150 Euro? 150 Euro! Großartig! Höre ich 160? Ist jemand bereit, 160 Euro für das Bild zu bezahlen? Ich! Ich! 160! 150? 150 ist das letzte Gebot? Dann würde ich sagen, 150 zum Ersten, 150 zum Zweiten und 150 zum Dritten! Vielen Dank! Das muss ja natürlich gleich kassieren. Herzlichen Glückwunsch, es passt eh genau, weil du wolltest dann eher gewöhnen, kommen und sprechen. Also passt das an und für sich sehr gut. Ich würde sagen, das Finanzielle machen wir dann. Okay, machen wir dann auch. Gut. Gut. Vielen Dank nochmal für die Spende, vielen, vielen Dank, Applaus. So ihr Lieben, wir sind jetzt bei dem Programm gut angelangt, dass Menschen aus dem Publikum die Möglichkeit haben zu euch zu sprechen. Ihr würdet gerne noch ein Bild versteigern? Alles klar, dann versteigern wir schnell noch ein Bild. Wir sind spontan und flexibel. Leben passiert, wenn du andere Pläne machst. Okay, wir haben noch ein Bild, das zur Versteigerung steht. Bringt es mir hoch. Ist es notwendig für euch, dass wir das Bild einmal rumgeben, oder könnt ihr es hier gut sehen, oder habt ihr vorher schon die Möglichkeit gehabt zu sehen? Es nennt sich Coronavirus, eine Zeitung, Tod und Terror, ein Kind mit Maske, passend zu der Zeit. Okay, sollen wir es einmal rumgehen lassen? Gut, wo fangen wir an? In welcher Höhe, Ari? Du bestimmst? Alles klar, wir fangen wie beim Folgenbild an mit 100 Euro. Wir wären ja bereit für das Bild von Christina zum Thema Corona-Wahnsinn 100 Euro zu bezahlen. Ebenso für einen Kundenzweck kommt alles in die Kasse für unsere Bewegung, um weiterhin Menschen aufzuklären. 100 Euro, sehe ich 100 Euro, ich sehe keine Hände, ich bin enttäuscht. Jaro bietet 100 Euro? Ja. Ja, Jaro bietet 100 Euro, 110 Euro? 110 Euro, Jaro, gehst du drüber? Willst du es wirklich haben? Nein. So schön. Es soll uns daran erinnern, dass wir ein schönes neues Leben brauchen. Wir leben zusammen. Ich zahle 50 und du nimmst das Bild und zahlst den Rest. Ist das ein Ging? Alles klar, Dankeschön. Alles klar, Werner, Nathalie, ich würde euch auf die Bühne bitten, wo seid ihr? Gut, da kommt mal die Nathalie. Nathalie ist aus dem Publikum, lasst dich überrascht. Sie wollte zu euch sprechen. Nathalie, wo kommst du her? Steier. Nathalie, zu welchem Thema wirst du sprechen wollen, oder lass uns überraschen? Ich lasse dich überraschen, es wird sehr kommentiert. Also, mein Name ist Nathalie, ich arbeite beim Roten Kreuz, also freiwillig halt. Und mich stinkt es wirklich, dass die Leute einfach sich einschüchtern lassen, weil das heißt, wir dürfen jetzt nicht alle Leute. Ich gehe zu euch, sie sind gefährlich. Das geht gar nicht für mich, weil ich bin ein sozialer Mensch. Und die Rettung stellt auch für sozial. Darum muss man einfach sozial sein. Und darum, man darf die alle Leute auch nicht einsperren, weil das hat mich ziemlich betroffen, wie es geheißen hat. Macht kommt die alle Leute. Hätten die alle Leute damals nicht gesehen, sondern die haben unser Österreich aufgebaut. Und das zählt, weil sowas, was 1939 bis 1935 passiert ist, sowas darf echt nicht mehr passieren in unserem Österreich. Und darum, die ganze Maskenpflicht für die alten Leute, für die ganzen Kinder, weil das ist das Ärgste für mich, weil ich auszugehen und ich schürfe das für die alten Leute und den Jungen diskriminieren nicht mehr, wie die einfach Masken. Und darum, also, neu und bitte, wir müssen wirklich was da für unser Österreich. Und der Orgaschkaktus, beziehungsweise der Kurzel, der unter UNESCO gehört zu längst weg, weil ich koiniere in unserem Österreich. Und ich sage es wirklich, ich bin ein Österreicher und ich glaube, wir brauchen auch keine Flüchtlinge, die was in den Kirchen rufen, Österreich. Und wir dürfen echt nicht wegschauen. Und das ist auch was, was mich wirklich, wirklich, wirklich stört. Dass die machen, was die wollen mit uns. Und wir dürfen das echt nicht zulassen. Und ansonsten sage ich auch, wir Österreicher, wir lassen sich wirklich mehr einschüchtern. Weil, ich sage wirklich, das Corona ist nicht einmal Corona, sondern sie tun das einfach, dass sie ärnden möchten und das Ganze durchführen können. Das Fahrgeldlose, was folgt, was sie einige Jahre gesagt haben. Da haben sie es mit dem Geschehen, das haben sie auch schon lange gesagt. Und das vergeht gar nicht, weil wir sind frei. Und wir sind freie Menschen und wir stehen für unsere Freiheit. Danke. Von Rassismus wollen wir uns distanzieren. Ganz klar distanzieren, weil wir sind alle Teil der Menschheitsfamilie. Werner, wolltest du noch was sagen? Werner, wolltest du erst mal, wo kommst du her? Aus Steierhoff, Österreich. Eben so aus Steierhoff. Alles klar, das Mikro gehört dir? Ich bin nicht so emotional wie meine Vorsprecherin. Ich habe bei Rema Wels ein Bibelstudio gemacht und wer den PRFler kennt, weil ich weiß, dass er in Christ ist. Und da ist eine Dame mit einer Gitarre, die hat einen Spruch umkommt. Und eigentlich wollte ich ganz was anderes sagen, aber das passt ziemlich gut. Das ist für den Herrn Kurz, für die Popesregierung, der Herr sagt, ein Auszug aus der Bibel, der Herr sagt, wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere ins Umflug zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken, sie betrügen die Armen und Schwachen meines Volkes und ihr Recht. Wenn jemand die Bibel kennt, weiß er, dass Pharao früher das Volk was geklappt hat und Gott hat jemanden eingesetzt, den Moses, um das Volk zu befreien. Und ich sage heute folgendes, das geht an den Herrn Kurz, an den Herrn Mewamer und an den Herrn Angstschuber. Lass mein Volk in Ruhe oder du wirst den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Das ist alles, was ich sage. Danke, Werner. Hat sonst noch jemand das Gefühl, dass er gerne auf die Bühne kommen möchte, dann bitte jetzt. Weil danach hätte ich ganz gerne, dass die Magi Ma zu mir kommt. Eine großartige Musikerin und Songwriterin, die uns heute am Vormittag schon sehr, sehr glücklich gemacht hat und mit ihrer Stimme und ihrer Musik berührt. Sie hat extra ihr Klavier mitgebracht und sie wird ein bisschen was zum Besten geben. Noch einmal, dafür bin ich dir sehr dankbar. So, bitteschön. Wer bist du? Mein Name ist Dr. Sterner, ich bin auch Dr. Schwarz. Ich bin bis jetzt auf keine Demo gegangen. Und wenn ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich ein Rebell bin oder dass ich ein Revoluzzer bin oder irgendeinen Aufstand in der Hande bin. Ich bin auch Christ und ich glaube, dass wir vernünftig miteinander umgehen sollten. Ich schätze Herrn Bakhti auch sehr, wie er kennt sich wahrscheinlich den meisten. Ja. Ich glaube, dass Prof. Bakhti eine Art der Gemeinden anspricht. Und ich möchte auch aufrufen, dass man vernünftig im Diskurs führt, vernünftig miteinander redet und das Problem, das wir haben, ist, dass einfach Ärzte mundtot gemacht werden. Vielen Dank. Es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo man sich fürchten muss, und ich stehe hier in der Ärztenkammer, ja, wo man sich fürchten muss, wenn man die Wahrheit sagt. Es kann nicht sein, dass man sich fürchten muss, wenn man simple Dinge ausspricht, die in jedem Lehrbuch nachzulesen sind. Es kann nicht sein, dass das alles, was ich in 30 oder 40 Jahren Medizin, die ich jetzt schon fast praktiziere, gelernt habe, plötzlich ein Unfug ist. Und dass wir plötzlich Politiker sagen, was ich zu tun habe. Und dass wir plötzlich Leute, die keine Ahnung von Medizin haben, wie ein Softwareentwickler sagen, wer geimpft wird. Das hat auch mit Verschwörungstheorie nichts zu tun und das hat auch mit Revolution, mit Aufstand und mit, ich weiß nicht was, überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz simpel. Was hier geschieht momentan, ist, dass der Verstand der Leute zunichte gemacht wird, auf eine Art und Weise, wo ich mich gefragt habe, wie gibt es das überhaupt, ja, ich habe diese Woche einen Patienten gehabt, der hat blaue Fingernägel gehabt, das heißt, er hat unter der Maske keine Luft bekommen, er hat eine Lungenfibrose, ich habe ihm eine Maskenbefreiung ausgestellt, ja. Als er die Maske abgenommen hat, hat er blaue Hände gehabt, solche Menschen gibt es auch, es gibt nicht nur Popox-Sunde. Und es ist ein Argument, das nicht zulässig ist, wenn man immer mit dem Chirurgen argumentiert und sagt, ja, die Chirurgen tragen das auch den ganzen Tag. Chirurgen brauchen eine besonders gute Konstitution, ja, das sind Menschen, die eine sehr anstrengende Arbeit machen und die halten das in der Regel dann aus und die das nicht aushalten, die scheiden vorher schon aus. Ich habe Kollegen gesehen und ich habe auch Kolleginnen vor allem gesehen, 50 Kilo Frauen, die wollten Chirurgin werden, das hat nicht gegabt, weil sie im OP umgefallen sind, das geht halt nicht, ja, und das verträgt nicht jeder. Und ich kann nicht sagen, der Arnold Schwarzenegger hebt doch 150 Kilogramm und deswegen müssen alle das machen. Wir haben mal ein paar junge Burschen hier an Bord, sehr schön, wer bist du? Der Raphael. Wo kommst du her, Raphael? Aus Graz Andritz. Okay, er kommt aus Graz Andritz. Raphael, das Mikro gehört dir. Wir sind sehr gespannt, was du als junger Mensch uns da draußen zu erzählen hast. Dankeschön. Also, ja, ich bin 50 Jahre alt und in der Schule ist auch voll stressig, wenn man die Masken immer aufhaben muss. Manchmal müssen wir sie beim Unterricht aufhaben, was nicht anstrengend ist, teilweise dreiviertelstunden lang. Und wenn man dann die Maske unternimmt, hat man einfach den Kopf, weil viel zu viel CO2 oder so noch einatmet, das ist einfach ungesund für den Körper. Und zwar wurde jemals bewiesen, dass eine Maske wirklich überschirft, dass es schützt, das wurde ja nie gesagt, es war nie wirklich so richtig, dass es einfach stimmt. Das ist genau. Das ist der Wegstabend. Das ist der Wegstabend. Das ist der Wegstabend. Der Wegstabend ist ein gescheitert, der es kommt, wo wirklich gezeigt wird, wie hier es ist. Aber du möchtest in Wahrheit keine Maske tragen, weil es dir mit der Maske nicht gut geht, korrekt? Ich will keine Maske mehr tragen müssen. Alles klar, hört uns daraus. Ihr Eltern, ihr Lehrer, ihr Direktoren. Die Schüler wollen keine Maske tragen. Sie schaden ihnen. Bitte. Noch ein junger Mann, ich liebe es, herrlich. Bitte, wer bist du? Der Max Harkow. Hallo Max, ich nehme an, du kommst auch aus Graz? Du kommst auch aus Graz, Andres. Alles klar, alles weg und wer hat dir? Also, ich gehe auch, ich bin 14 Jahre alt, ich gehe jetzt in die hohe Stufe und ich muss halt auch, wie der Raphael gerade erzählt hat, immer Masken tragen, das stört mich auch sehr. Mein Onkel ist Arzt und der findet auch, dass es total unglücklich ist. So, mir geht es manchmal im Herbst nicht so gut, wegen dem Halsweh, schnupfen euch viel und dann noch eine Maske drüber. Da finde ich auch manchmal Artenprobleme und das ist nicht echt nicht gut. Deswegen finde ich auch, dass man die Masken in der Schule echt nicht tragen müsste. Und vor allem, wie der Raphael schon erwähnt hat, es gibt eigentlich nichts, was beweist, dass die Masken jetzt wirklich was bringen. Und ich finde einfach, dass man die auch nicht tragen sollte. Danke für die Sekundigen Jungs, ich danke euch. Heute kurz zur Auflockerung, ihr hört den Hintergrund, die wunderwunderschöne Musik von Madi Ma, die heute zu uns gestoßen ist. Sie ist aus Freiburg, sie ist Sängerin und sie ist Songwriterin und sie wird ein Beat zum Besten geben. Ich glaube, sie wird eure Herzen berühren. Die Bühne gehört hier. Ich möchte kurz ein Danke sagen für alle wunderbare Informationen, die euch hier bekommen sind, das war sehr gut. Und alles, was nach außen hin passieren muss, darf auch nach innen passieren, dass wir einen Raum des Friedens und der Liebe in uns kreieren und halten dürfen und ihn von dort aus nach außen tragen. Darum soll es gehen. интересно? Oho. Das warge pipal. Oho. 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 Musik 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 To let go soon Jetzt telefoniert sie gerade, sie wollte auf die Bühne. Die Heimfahrt muss organisiert werden, ganz klar. So, bitteschön, wer bist du und worüber musst du sprechen? Ja, also ich bin die Petra und die beschäftigt mich seit vielen Jahren mit Entscheidungsverfahren und wie wir Entscheidungsverfahren so nutzen können, dass die Menschen, die betroffen sind, auch mitreden können. Das ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema und wir befinden uns hier in Graz und in Graz ist interessanterweise ein Entscheidungsverfahren entstanden, das zwei Grazer entwickelt haben, die inzwischen beide so um die 80 sind und dieses Entscheidungsverfahren nennt sich systemisches Konsensieren und die Basis des systemischen Konsensierens beruht darauf, dass Widerstand ernst genommen wird. Das heißt, das Nein der Menschen zu respektieren, ist die einzige Art, Menschen wirklich ernst zu nehmen. Und das systemische Konsensieren beruht darauf, dass die Gruppenentscheidungen die besten sind, die den geringsten Gruppenwiderstand, bei denen der geringste Gruppenwiderstand gemessen werden kann. Und in der aktuellen Corona-Krise frage ich mich sehr oft, wie würde die Situation ausschauen, wenn wir die Entscheidungen aktuell mit systemischem Konsensieren treffen würden, dann könnten die Entscheidungen nämlich nicht mehr auf Machtprinzipien beruhen, sondern würden wirklich auf dem beruhen, was für die Menschen am besten ist. Und ich möchte noch kurz ein Buch erwähnen, das sehr zeitaktuell ist und von einem der zwei Entwickler des systemischen Konsensierens entstanden ist oder geschrieben wurde, der Erich Wissatschnik. Und dieses Buch heißt Nicht über unsere Köpfe, wie ein neues Wahlsystem die Demokratie retten kann. In diesem Buch zeigt Erich Wissatschnik die Schwächen des Mehrheitsprinzips und stellt mit seinem Konzept des systemischen Konsensierens eine Alternative vor, die es Beteiligten ermöglicht, sich effektiver in Entscheidungsprozesse reinzubringen. Ja, und ich denke seit vielen Jahren darüber nach, dass ihr Menschen, ihr das Volk, davon erfahren soll, dass es bereits andere Entscheidungsmethoden gibt, wie das Mehrheitsprinzip, bei dem alle ein Gedicht zu der Mehrheit gehören, gar nichts zu sagen haben, beziehungsweise wir sowieso unsere Stimme abgeben. Und nur wenn wir darüber Bescheid wissen, wie ein anderes Entscheidungsverfahren funktioniert und dass es funktioniert und wenn wir genügend von uns sagen, wir fordern jetzt ein anderes Entscheidungsverfahren in der Politik ein, dann kann das auch stattfinden. Und das möchte ich gerne einbringen, sei es von den Menschen, die hier das Publikum sind, sei es im Bereich derer, die zusammenarbeiten und auf der Bühne stehen und die Organisationen leiten. Danke. Vielen Dank. Wir möchten noch einen Kollegen aus Salzburg. Salzburg ist ein bisschen das Schlusslicht, was die Demonstrationen anlangt. Die werden am 18. das erste Mal sozusagen eine Demo machen. Ich habe es ein bisschen geschaut, was wir sonst so in Österreich machen. Und toi, toi, toi und mach deinen Aufruf. Dankeschön. Hallo liebe Menschenfamilie in Graz. Sehr schön, dass wir heute alle zusammen schauen. Wie gesagt, ja, die Bundesländer müssen jetzt alle mitmachen. Wir sollen jetzt noch sein, ein bisschen lochzüglich unterwegs. Auch immerhin am 18. und 10. geht es bei uns los. Wir laden euch gerne sehr herzlich ein, auch dort dabei zu sein. Und seid aber alle traurig, wenn es, manche Leute sehen es auch noch vor der Kamera jetzt, können nicht bei solchen Vorstellungen dabei sein, haben keine Mitfahrtgelegenheit. Aber das macht euch so auch nichts. Schaut zu Hause in euer Dorf rein, in euren Bezirk, in euren Block. Mit den Reden kommen die Leute zusammen. Man muss nicht immer nur am großen Fest sein, es reicht schon ein normaler Spaziergang. Ich mache auch Spaziergänge in meiner Stadt, sprich die Leute an. Und so kommt auch Bewusstseinsbilder gerne vor. Und am 18. bei uns kommt zum Beispiel auch der Herr Jaroslav Pelski. Wir haben den Bräketter bei uns, wir haben dort Gesundheitsmechaniker. Es kommen einige interessante, gute Sprecher zu uns. Und stärken wir uns gegenseitig in den Bundesländern. Machen wir so eine kleine Nomadenfahrt von einem Bundesland nach einem anderen. Und so haben wir große, tolle, die kritische Masse, die es einfach braucht. Somit, Dankeschön. Danke dir. Meld dich an auf der Social-Plattform von Corona-Datencheck.com. Bild eine Gruppe und lade gleich alle Interessierte ein. Also wir sind schon viel in den Bundesländern herumgereist. Und toi, 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 alles Gute für Salzburg. Bitte. Wer bist du? Ich bin aus Klernten und möchte ganz kurz was sagen. Also wir schauen alle mal da rauf, da Lebensraum verbindet. Und dieser Lookdown, Lüge, Lookdown, der ist ein Todesraum, der vernichtet. Und wir machen beim nächsten Lookdown nicht mehr mit und wir bilden einen Raum des Lebens. Und jeder andere ist aufgehoben, dass er diesen Lebensraum für sich, zu Hause und in seiner Umgebung bildet. Damit machen wir nicht mehr mit diesem Raum des Todes, der Vernichtung. Und das war mein Wort für den Herzen, Lüge. Danke für den Lebensraum, den ihr doch schon. Danke. Ich sage danke bei euch allen. Es war wieder ein kleiner Tropfen. Wichtig ist, werdet nicht müde. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute dann so sagen, ja, und was ist jetzt das Ergebnis? Was wird passieren? Ja, nichts wird passieren. Das ist ein Prozess. Wir haben 40, 50 Jahre eine Entwicklung gehabt. Und dieser Entwicklung haben wir, ich sage jetzt einmal so, ein bisschen im Tiefschlaf zugesehen. Und jetzt sind wir dabei aufzuwachen. Das ist ein Tun, ein Werden. Und das hat kein Ende. Sondern das wird immer weiter und weiter gehen. Alles Liebe, danke noch einmal. Das überrascht will ich mich. Vielen Dank noch einmal an die Polizei. Danke sehr, dass das so toll abgelaufen ist. Auch an euch vielen lieben Dank. Und wir hören, sehen uns demnächst. Danke, Jaro. Ich möchte nur gerne auf eine Veranstaltung hinweisen, die nächste Woche stattfinden wird. Und zwar am Samstag, den 17.10. im Steirerhof in Graz von 39 bis 14 Uhr. Veranstaltete wird sein Werk für menschenwürdige Therapieformen. Und zwar geht das Thema Geburt als Chance. Da wird die Hebamme Ursula Walch da sein, die auch Schriftstellerin und Projektleiterin in Afrika ist. Und Corona-Stress, was nun? Dr. Gerhard Weyland, ein Homöopath aus Graz und die Franziska Leutner als Präsidentin von AEGIS wird da sprechen. Also wenn ihr Lust und Laune habt, nächsten Samstag, 17.10. im Steirerhof Graz. Und Informationen bekommt ihr auch über AEGIS. Ansonsten bleibt auch mir nichts anderes, als euch zu danken, dass ihr so ausgeharrt habt. Es ist doch jetzt schon ein bisschen kühl geworden und hat lang gedauert. Alles, alles Liebe, bitte bleibt es im Tun, macht weiter, gebt nicht auf, vernetzt euch, stützt euch gegenseitig, damit wir eine neue, wunderschöne Normalität, die nichts mit der Alten zu tun haben wird, haben können, weil die Alte hat uns in diese Situation gebracht. Für ein Leben in Frieden, in Freiheit, in Wahrheit, in Liebe und in Selbstbestimmung. In diesem Sinne, alles Liebe, schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald. Wir sind die Gruppe No-Risk. No-Fun, No-Mask in der Öffis und in den Öffis. Wir wollten jetzt starten beim roten Bus von unserem Super Daniel. Da ist der Treffpunkt und wir haben mitgemacht, wir fahren mit der Öffis ohne Masken. Und ja, ich würde die Kollegen einladen, würde mich freuen, wenn ein paar dabei sind. Dankeschön, schönen Abend, danke Graz, schön, dass es euch geht. Dankeschön. 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 Dankeschön.